200 Beweise, dass die Erde keine rotierende Kugel ist. Von Eric Dubay. 1. Der Horizont erscheint dem Betrachter stets vollkommen flach, 360 Grad um ihn herum, egal in welcher Höhenlage. Sämtliche Amateur-, Heißluftballons, Raketen, Flugzeuge und Drohnen zeigen bis über 32 Kilometer Höhe einen vollständig flachen Horizont. Nur die NASA und andere Raumfahrtagenturen zeigen auf ihren computeranimierten Fotos und Videos eine Krümmung. 2. Der Horizont steigt stets mit der Augenhöhe des Betrachters, wenn Höhe gewonnen wird, also wird man nie herunterschauen müssen, um ihn zu sehen. Wenn die Erde tatsächlich eine Kugel wäre, egal wie groß, würde der Horizont beim Aufstieg fest stehen bleiben und der Betrachter, die Kamera, müsste sich mehr und mehr neigen, um auf ihn herunterzuschauen. 3. Die natürliche Eigenschaft von Wasser ist, seinen Pegel einzunehmen und zu halten. Wenn die Erde eine durch ein endloses Weltall rasende, wackelnde, geneigte, riesige Kugel wäre, dann würde es hier keine beständig waagerechten Oberflächen geben. Aber da die Erde tatsächlich eine ausgedehnte, riesige Fläche ist, entspricht diese grundsätzliche physikalische Eigenschaft von Flüssigkeiten, ihren Pegel einzunehmen und zu halten, unserer Erfahrung und unserem gesunden Menschenverstand. 4. Flüsse fließen, den einfachsten Weg findend, zum Meeresspiegel hinunter und dies im Norden, Süden, Westen, Osten und allen dazwischenliegenden Himmelsrichtungen gleichzeitig. Wenn die Erde wirklich eine drehende Kugel wäre, dann würden viele dieser Flüsse unmöglich hinauffließen. Zum Beispiel würde der 4800 Kilometer lange Mississippi rund 18 Kilometer bis zu seiner Mündung in den Golf von Mexiko aufsteigen. 5. Ein Abschnitt des Nils strömt über 1600 Kilometer mit einem Gefälle von nur 30 Zentimeter. Gemäß der angeblichen Neigung und Bewegung der Erdkugel müsste der westafrikanische Strom Kongo manchmal hinauf- und manchmal hinabfließen. Dies wäre ebenfalls für den Parana in Paraguay und weitere lange Flüsse der Fall. 6. Wenn die Erde, wie von der NASA und der modernen Astronomie behauptet, eine im Umfang 40.000 Kilometer große Kugel wäre, dann schreibt die sphärische Trigonometrie vor, dass die Oberfläche aller stehenden Gewässer eine leicht messbare Krümmung von 20 Zentimeter je Meile, multipliziert mit der Quadratzahl der Entfernung, haben muss. Dies bedeutet, dass an einem 10 Kilometer langen Kanal stehenden Wassers die Erde an jedem Ende um 1,80 Meter zur mittigen Spitze des Kanals sinken müsste. Jedoch wurde bei allen solchen ausgeführten Experimenten festgestellt, dass stehendes Wasser vollkommen flach ist. 7. Vermesser, Ingenieure und Architekten sind nie angewiesen, eine angebliche Erdkrümmung bei ihren Projekten zu berücksichtigen. Beispielsweise werden Kanäle, Schienennetz, Brücken und Tunnel stets ohne irgendeine Berücksichtigung einer Krümmung waagerecht angelegt und verlegt, oft über hunderte von Kilometern. 8. Der das Mittelmeer mit dem Roten Meer verbindende Suezkanal ist 160 Kilometer lang, ohne irgendwelche Schleusen und somit eine ununterbrochene Fortsetzung der beiden Meere. Als er erbaut wurde, wurde eine angebliche Erdkrümmung nicht in Erwägung gezogen. Er wurde entlang einer waagerechten Bezugslinie 8 Meter unterhalb des Meeresspiegels gegraben, von einem Meer zum anderen mehrere Seen passierend, mit der Bezugslinie und der Wasseroberfläche vollkommen parallel über 160 Kilometer verlaufend. 9. Der Ingenieur W. Winkler wurde in der Earth Review bezüglich der angeblichen Erdkrümmung erwähnt. Als ein Ingenieur mit vielen Jahren Berufserfahrung sehe ich das so, dass diese absurde Genehmigung nur in Schulbüchern erlaubt ist. Kein Ingenieur würde davon träumen, irgendetwas derartiges zu erlauben. Ich habe viele Meilen Schienennetz gelegt und noch mehr Meilen Kanäle. Und an eine solche Genehmigung wurde nicht einmal gedacht, geschweige denn sie genehmigt. Diese Genehmigung der Krümmung bedeutet folgendes. 20 Zentimeter für die erste Meile des Kanals und ansteigend mit dem Wert der Quadratzahl der Entfernung in Meilen. Daher wird ein kleiner, schiffbarer Kanal für Boote, sagen wir mal 30 Meilen lang, das sind 48 Kilometer, gemäß der obigen Vorschrift eine Krümmung von 180 Meter haben. Stellen Sie sich das bitte mal vor und trauen Sie bitte Ingenieuren nicht zu, solche Narren zu sein. Nichts derartiges ist genehmigt. Wir denken beim Kanal- oder Schienennetzbau von 48 Kilometer nicht mehr an eine Toleranz von 180 Meter, als wir daran die Zeit verschwenden, die Quadratur des Kreises zu probieren. 10. Die London- und nordwestliche Eisenbahn bildet eine gerade Linie von 290 Kilometer Länge zwischen London und Liverpool. Der höchste Punkt des Schienennetzes, in der Mitte des Bahnhofs Birmingham, gelegen, ist nur 72 Meter oberhalb des Meeresspiegels gelegen. Wenn die Welt wirklich eine Kugel wäre, sich 20 Zentimeter je Meile krümmen würde, würde die Strecke von 290 Kilometer jedoch einen über eine Meile großen Bogen bilden, genau 1646 Meter oberhalb von London und Liverpool. 11. Ein Vermesser und Ingenieur mit 30 Jahren Berufserfahrung schrieb den Birminghamer Weekly Mercury vom 15.02.1890, Mir sind die Theorie und Praxis von Bauprojekten durchaus bekannt. Wie engstirnig auch immer manche von unseren Professoren bezüglich der Theorie des Vermessens nach den beschriebenen Regeln auch sein mögen, es ist uns bekannt, dass solche theoretischen Messungen in der praktischen Anwendung undurchführbar sind. Sämtliche unserer Lokomotiven sind entworfen, um auf wirklichen Flächen und Ebenen zu fahren. Es gibt selbstverständlich zum Teil Neigungen und Steigungen hier und da, aber sie sind immer genau geplant und müssen sorgfältig gezogen werden. Aber irgendetwas annähernd an die 20 Zentimeter je 1,6 Kilometer, gesteigert mit der Quadratzahl der Strecke, könnte bei keiner Lok funktionieren, die je gebaut wurde. Vergleicht man einen Bahnhof in England und Schottland mit den anderen, dann darf man feststellen, dass sie alle relativ nivelliert sind. Die Entfernung von der englischen Ost- zur Westküste beträgt ca. 480 Kilometer. Wenn es die beschriebene Krümmung in Wirklichkeit geben würde, dann sollten die Hauptbahnhöfe von Rugby und Warwick fast 5 Kilometer höher sein, als die von beiden Ausgangspunkten gezogene Sehne. Wenn dem so wäre, dann könnte man im ganzen Königreich nicht einen Heizer oder Führer finden, der den Zug übernehmen würde. Wir können nur über ihre Leser lächeln, die uns ernsthaft solche kühnen Heldentaten zutrauen, wie einen Zug, um eine Kurve auf einer Kugel zu manövrieren. Waagrechte Kurven auf Flächen sind gefährlich genug, senkrechte Kurven wären tausendmal schlimmer und mit unserem Fuhrpark und auf dem heutigen technischen Stand physikalisch unmöglich. 12. Die Manchester Chip-Kanal-Gesellschaft erwähnte im Earth Review, es ist beim Bau von Schienennetzen und Kanälen stets üblich, sich an eine Bezugslinie zu halten, die ausdrücklich waagerecht ist und so in allen Abschnitten durchgeführt wird. Es werden bei der Planung von öffentlichen Bauvorhaben keine Erdkrümmung berücksichtigt. 13. Aufgrund der trigonometrischen Messungen in Frankreich durch MMBio und Arago ist bestätigt, dass eine leistungsstarke Leuchte mit guten Reflektoren auf einem steinigen Gipfel namens die Serto Las Palmas in Spanien angebracht wurde und deutlich von Camprai von der Insel Ibiza aus zu sehen war. Die Höhenlage der beiden Orte war in etwa gleich und die Entfernung zwischen ihnen ungefähr 160 Kilometer. Wenn die Erde eine Kugel ist, wäre das Licht auf dem Felsen in Spanien mehr als zwei Kilometer unterhalb der Sichtlinie. 14. Oberstleutnant Portlock verwendete Knallgas und Kalklichter und Heliostaten, um in Stationen, die auf Bricelli, einem Berg im Süden Wales, und auf Kippur, einem 60 Kilometer südwestlich von Dublin gelegenen Berg, standen, Sonnenstrahlen zu reflektieren. Die Instrumente wurden auf dieselbe Höhe über dem Meeresspiegel platziert und schienen über 174 Meter des St. George-Kanal. Wenn die Welt eine Kugel von 40.000 Kilometer Umfang wäre, dann sollte Portlocks Licht für immer unsichtbar unter 2,4 Kilometer Erdkrümmung versteckt bleiben. 15. Wenn die Erde wirklich eine Kugel mit einem Umfang von 40.000 Kilometer wäre, müssten Flugzeugpiloten ständig ihre Flughöhe nach unten korrigieren, um nicht geradewegs ins Weltall abzuschweifen. Ein Pilot, der einfach nur seine Flughöhe bei einer typischen Fluggeschwindigkeit von 500 Meilen pro Stunde, also 800 kmh, halten möchte, müsste ständig die Nase des Flugzeugs nach unten senken und jede Minute um 846 Meter absteigen. Ohne eine Korrektur würde der Pilot sich innerhalb einer Stunde auf einer Flughöhe von 50 Kilometer oberhalb der Erwarteten wiederfinden. 16. Das Experiment ARIES Misserfolg bewies, dass die Sterne sich in Bezug zur starren Erde bewegen und nicht umgekehrt. Wasser wurde zuerst in ein Teleskop gefüllt, um die Lichtgeschwindigkeit in ihm zu verlangsamen und dann die notwendige Berechnung der Neigung, um das Sternlicht direkt das Rohr hinunterzubekommen. ARI gelang es nicht, die heliozentrische Theorie zu beweisen, da das Sternlicht bereits im richtigen Winkel ohne eine notwendige Anpassung eintrat und stattdessen das geozentrische Modell als richtig bewies. 17. Olbers Paradoxon besagt, dass wenn es Milliarden Sterne gäbe, die Sonnen sind, der nächtliche Himmel vollkommen mit Licht erfüllt wäre. Wie Edgar Allan Poe sagte, wäre die Aufeinanderfolge von Sternen unendlich, würde sich uns der Himmel als eine einheitliche Leuchtkraft zeigen, da es in all dem Hinterraum absolut keinen Ort geben würde, in dem es keinen Stern geben würde. Tatsächlich ist Olbers Paradoxon nicht mehr paradox, als George Aries Experiment ein Misserfolg ist. Beide widerlegen hervorragend das heliozentrische Modell der sich drehenden Erde. 18. Die Michelson-Morley- und Sagnac-Experimente versuchten die Veränderung der Lichtgeschwindigkeit aufgrund der angeblichen Bewegung der Erde durch das Weltall zu messen. Nach der Messung in allen möglichen verschiedenen Richtungen an verschiedenen Orten gelang es ihnen nicht, überhaupt eine beträchtliche Veränderung zu entdecken, erneut das feststehende geozentrische Modell beweisend. 19. Tycho Brahe war in seiner Zeit dafür berühmt, öffentlich das heliozentrische Modell anzuzweifeln, argumentierend, dass wenn die Erde sich um die Sonne drehen würde, die Veränderung der relativen Position nach sechsmonatiger Umlaufbahn zu sehen sein müsste. Er meinte, dass die Sterne auseinandergehen sollten, wenn wir uns nähern, und zusammengehen, wenn wir uns entfernen. In Wirklichkeit jedoch kann nach 300 Millionen Kilometer angeblicher Umlaufbahn um die Sonne nicht ein einziger Zentimeter Verschiebung bei den Sternen entdeckt werden, was beweist, dass wir uns überhaupt nicht bewegt haben. 20. Wenn sich die Erde wirklich ständig mit 1600 Kilometer pro Stunde nach Osten drehen würde, sollten senkrecht abgeschossene Kanonenkugeln und andere Projektile beträchtlich nach Westen fallen. Tatsächlich jedoch fallen, wann immer dies getestet wurde, senkrecht abgefeuerte Kanonenkugeln nach einem 14-sekündigen Aufstieg und einem 14-sekündigen Abstieg nicht weiter als 60 Zentimeter von der Kanone entfernt, zurück auf den Boden, oftmals direkt zurück in die Mündung des Rohrs. 21. Wenn sich die Erde wirklich ständig mit 1600 Kilometer pro Stunde nach Osten drehen würde, sollten Hubschrauber und Heißluftballons in der Lage sein, einfach über der Erdoberfläche zu schweben und darauf warten, dass ihr Zielort auf sie zukomme. 22. Wenn sich die Erde wirklich ständig mit 1600 Kilometer pro Stunde nach Osten drehen würde, sollte während des Red Bulls Stratosphärensprungs, bei dem Felix Baumgartner drei Stunden für den Aufstieg über New Mexico brauchte, er 4000 Kilometer weiter westlich im Pazifischen Ozean landen. Er landete stattdessen ein paar Dutzende Kilometer östlich seines Aufstiegspunktes. 23. Erdballanhänger behaupten oft, Gravitation ziehe auf zauberhafte und unerklärliche Weise die gesamte niedere Erdatmosphäre in vollkommenem Einklang nach oben zu einer unbestimmten Höhe, wo diese zunehmend schneller rotierende Atmosphäre der nicht rotierenden, nicht der Gravitation unterliegenden Nichtatmosphäre eines unendlichen Vakuums des Weltalls weicht. Solch unsinnigen Theorien werden jedoch durch Regen, Feuerwerk, Vögel, Käfer, Rauch, Flugzeuge und Projektile widerlegt, welche sich alle jeweils sehr unterschiedlich verhalten würden, wenn die Erde und ihre Atmosphäre sich beide konstant mit 1600 Kilometer pro Stunde ostwärts drehen würde. 24. Wenn sich die Erde und ihre Atmosphäre wirklich ständig mit 1600 Kilometer nach Osten drehen würden, dann sollten nach Norden-Süden gerichtete Kanonen als Begründung taugen, während nach Osten abgeschossene Kanonenkugeln beträchtlich weiter fallen sollten als alle anderen und nach Westen abgeschossene Kugeln beträchtlich kürzer fallen sollten. In Wirklichkeit jedoch ist die zurückgelegte Entfernung stets dieselbe, ganz gleich in welche Richtung auch immer Kanonen abgefeuert werden. 25. Wenn sich die Erde und ihre Atmosphäre wirklich ständig mit 1600 kmh nach Osten drehen würden, dann sollten durchschnittliche Passagierflugzeuge, die mit einer Geschwindigkeit von 800 kmh fliegen, niemals in der Lage sein, ihre östlich gelegenen Zielorte zu erreichen, bis diese sie von hinten her einholen. Westliche Zielorte sollten vergleichsweise mit der dreifachen Geschwindigkeit erreicht werden, aber dies ist nicht der Fall. 26. Himmel und Erde von Gabriel Henriette Zitierend Wenn es die Fliegerei zu Kopernikus-Zeiten gegeben hätte, dann gibt es keinen Zweifel, dass im Hinblick auf das Verhältnis der Geschwindigkeit eines Flugzeuges zu jener der rotierenden Erde er schnell eingesehen hätte, dass seine Behauptung einer sich drehenden Erde falsch ist. Der absolvierte Weg eines Flugzeuges würde sich bei einer Rotation entweder vergrößern oder verkleinern, je nachdem, ob sich das Flugzeug mit oder gegen der Rotationsrichtung fliegen würde. Daher würde sich der Zielort eines Flugzeuges von Minute zu Minute mehr entfernen, wenn man bedenkt, dass sich die Erde angeblich mit 1600 kmh dreht und ein Flugzeug mit nur 800 kmh in die Richtung unterwegs wäre. Andererseits wäre eine Entfernung von 2400 km in nur einer Stunde geschafft, anstatt nur die 800 km, wenn sich der Zielort in entgegengesetzter Richtung der Rotation befinden würde, da die Geschwindigkeit der Drehung zu der des Flugzeugs gerechnet wird. Es sollte auch betont werden, dass eine Fluggeschwindigkeit, die der angeblichen Rotationsgeschwindigkeit der Erde von 1600 kmh entspricht, vor kurzem erreicht wurde, sodass ein solch schnelles Flugzeug, wenn es in derselben Richtung wie die Erdrotation fliegt, nicht am Ziel ankommen würde. Es würde, da beide Geschwindigkeiten gleich sind, mitten in der Luft über dem Ausgangspunkt schweben bleiben. 27. Wenn sich die Erde und ihre Atmosphäre wirklich ständig mit 1600 kmh nach Osten drehen würden, würde eine Landung von Flugzeugen auf sich mit einer solch rasenden Geschwindigkeit bewegenden Landebahnen, welche in alle möglichen Richtungen Nord-, Süd-, West- und Ostwärts gerichtet sind, praktisch unmöglich. Aber in der Wirklichkeit sind solche fiktiven Probleme vollkommen nebensächlich. 28. Wenn sich die Erde und ihre Atmosphäre wirklich ständig mit 1600 kmh nach Osten drehen würden, dann gingen Wolken, Wind- und Wetterverhältnisse nicht willkürlich und unvorhersehbar jeweils eigene Wege mit Wolken, die oft in gegensätzliche Richtungen in verschiedenen Höhenlagen zur selben Zeit ziehen. 29. Wenn sich die Erde und ihre Atmosphäre wirklich ständig mit 1600 kmh nach Osten drehen würden, sollte dies von irgendjemandem irgendwo irgendwie zu sehen, hören, fühlen oder zu messen sein. Aber bis jetzt hat niemand in der Geschichte je diese angebliche Ostbewegung erlebt, während wir jedoch selbst die kleinste Brise vom Westen her hören, fühlen und durch Versuche messen können. 30. In seinem Buch Südseefahrten beschreibt der Arktis- und Antarktisforscher Sir James Clark Ross sein Erlebnis in der Nacht des 27.11.1839 und seine Schlussfolgerung, dass sich die Erde nicht bewegt. Zitat Graf Strelechi erreichte beim Aufstieg auf den vulkanischen Berg von Kiranea auf Ovy-He in 1220 m eine Höhe oberhalb der des Passatwindes und erlebte dort die Wirkung einer gegensätzlichen Luftströmung, die eine andere Feuchtigkeit und Temperatur hatte. Graf Strelechi informierte mich über die weitere ungewöhnliche Begebenheit. In einer Höhe von 1829 m bemerkte er, dass die Luftströmung im rechten Winkel zu den beiden darunterliegenden Schichten wehte. Zudem hatte sie ebenfalls eine andere Feuchtigkeit und Temperatur, jedoch wärmer als die Schicht in der Mitte. Solch ein Zustand der Atmosphäre ist nur mit der Tatsache zu erklären, dass die Erde sich nicht bewegt. 31. Thomas Winship aus Sathetic Astronomy zitierend Man stelle sich vor, welche Kraft die Luft hätte, die durch einen kugelförmigen Körper in Bewegung gesetzt wird, dessen Durchmesser 13.000 km beträgt, der mit 1600 kmh rotiert und mit 100.000 kmh durch die Himmel wirbelt. Dann bemühe man sich, zu raten, ob die Bewohner einer solchen Erde ihre Haare auf dem Kopf behalten würden. Wenn die Erdkugel sich an ihrer Achse um unglaublich 1600 kmh dreht, dann würde eine solch immense Masse zwangsläufig einen beträchtlichen Wind um sich herum verursachen. Der Wind würde in eine Richtung wehen und alles, was sich in diesem Einzugsbereich der rotierenden Kugel befindet, würde in dieselbe Richtung wehen. Die Tatsache der ruhenden Erde wird durch das Drachenfliegen bewiesen. 32. Wenn der Gravitation eine Kraft zugeschrieben wird, die stark genug ist, Meere, Gebäude, Menschen und Atmosphäre auf der Oberfläche einer rasenden, rotierenden Kugel zu halten, dann ist es unmöglich, dass die Gravitation gleichzeitig auch so schwach ist, zuzulassen, dass kleine Vögel, Insekten und Flugzeuge auffliegen und unvermindernd in irgendeine Richtung fliegen. 33. Wenn der Gravitation eine Kraft zugeschrieben wird, die stark genug ist, die gewaltigen Massen der Meere um eine kugelförmige Erde zu krümmen, wäre es für die Fische und andere Geschöpfe unmöglich, durch ein mit solch gewaltiger Kraft gehaltenes Wasser zu schwimmen. 34. Schiffskapitäne brauchen beim Navigieren großer Entfernungen auf See nie die angebliche Krümmung der Erde in ihren Berechnungen zu berücksichtigen. Beim Planen Segeln und beim Segeln von großen Kreisen, den bekanntesten Navigationsmethoden, verwendet man die Gerade, nicht die sphärische Trigonometrie, bei denen alle Berechnungen auf der Grundlage gemacht werden, dass die Erde vollkommen flach ist. Wenn die Erde wirklich eine Kugel wäre, würde solch eine fehlgeleitete Vermutung zu eklatanten Abweichungen führen. Planes Segeln funktioniert in Theorie und Praxis jedoch seit Jahrtausenden perfekt und die Gerade Trigonometrie hat sich stets und immer wieder als genauer erwiesen als die sphärische Trigonometrie, um Entfernungen auf dem Meer zu bestimmen. 35. Wäre die Erde wirklich eine Kugel, dann würde jede Linie des Breitengrades südlich des Äquators allmählich einen kleiner und kleiner werdenden Umfang aufweisen, je weiter Richtung Süden man reist. Wenn jedoch die Erde eine ausgebreitete Fläche ist, dann sollte jede Linie des Breitengrades einen allmählich größer und größer werdenden Umfang aufweisen, je weiter Richtung Süden man reist. Die Tatsache, dass sich viele Kapitäne, die beim Navigieren südlich des Äquators die globale Theorie annahmen, weit außerhalb ihrer Berechnungen befanden, je mehr sie in Richtung Süden reisten, bestätigt die Tatsache, dass die Erde keine Kugel ist. 36. Während den Seefahrten von Kapitän James Clark Ross um den antarktischen Umfang, schrieb er häufig verblüfft in sein Tagebuch, wie sie sich regelmäßig außerhalb ihrer Tabellen befanden, hineinschreibend, dass sie jeden Tag durchschnittlich 19 bis 26 Kilometer von ihren Berechnungen abwiegen, später weiter südlicher sogar so viel wie 42 Kilometer. 37. 1838 bis 1842 befehligte Leutnant Charles Wilkes eine Forschungsexpedition der US-Marine zur Antarktis und in seinen Tagebüchern erwähnte er, dass er sich ständig östlich seiner Berechnungen befand, manchmal mehr als 32 Kilometer in weniger als 18 Stunden. 38. Reverend Thomas Milner zitierend. Nach Indien fahrende Seefahrer haben sich in der südlichen Hemisphäre oft östlich des Caps gewähnt, während sie noch westlich davon waren und haben die Küste Afrikas befahren, welche gemäß ihren Berechnungen bereits hinter ihnen liegen sollte. Dieses Missgeschick passierte 1845 der erstklassigen Fregatte Challenger. Wie kam es, dass ihrer Majestätsschiff Conqueror verloren ging? Warum liefen so viele edle Schiffe, perfekt intakt, perfekt bemannt, perfekt gesteuert, bei ruhigem Wetter, aufgrund, nicht nur in dunklen Nächten oder im Nebel, sondern an helllichtem Tage und im Sonnenschein? In erstem Fall an der Küste, in letzteren an Felsen und der See? Durch eine abweichende Berechnung unter Umständen, die bis jetzt jeglicher zufriedenstellender Erklärung entbehren? Die einfache Antwort ist, dass die Erde keine Kugel ist. 39. Im australischen Handbuch Almanach Leitfaden für Verlader und Importeure steht, dass die Entfernung zwischen Sydney und Nelson 1400 nautische oder 1633 Seemeilen beträgt. Rechnet man den ausreichenden Abstand von 83 Meilen für die Umsegelung des Cape Verwell und das Segeln durch die Tasmanische Bucht nach Nelson ein, dann bleiben 1550 Seemeilen als die Entfernung auf einer geraden Linie vom Längengrad zu Sydney zu Nelsons Längengrad. Ihre vorgegebene Differenz bei den Längengraden beträgt 22 Grad 2 Minuten 14 Sekunden. Wenn also 22 Grad 2 Minuten 14 Sekunden von 360 Grad 1550 Meilen sind, dann misst das Ganze 25.182 Meilen. Das ist mehr als die Erde angeblich am Äquator sein sollte und 4.262 Meilen größer als es gemäß Sydney's südlichen Breitengrad auf einer Erdkugel nach den angegebenen Verhältnissen sein sollte. 40. Vom Kap Horn, Chile zum Port Phillip in Melbourne, Australien, beträgt die Entfernung 9000 Meilen. Diese beiden Orte sind 143 Längengrade voneinander entfernt. Daher ist die ganze Ausdehnung der Erde eine bloße rechnerische Angelegenheit. Wenn 143 Grad 9000 Meilen ergeben, was wird dann die Entfernung der ganzen 360 Grade sein, durch die die Oberfläche aufgeteilt ist? Die Antwort ist 22.657 Meilen oder 8.357 Meilen mehr als die Theorie der Rundung erlauben würde. Es muss jedoch im Kopf behalten werden, dass die obigen Angaben nautische Maße sind, welche bei der Verringerung zu Seemeilen 26.433 als die tatsächliche Entfernung in der südlichen Region beim angegebenen Breitengrad wiedergibt. Nahezu 1.500 Meilen mehr als jemals dem größten Erdumfang am Äquator zugeordnet wurde. 41. Ähnliche Berechnungen, die beim Kap der guten Hoffnung Südafrika nach Melbourne, Australien bei einem durchschnittlichen südlichen Breitengrad von 35,5 gemacht wurden, haben eine ungefähre Zahl von über 25.000 Meilen ergeben, was wieder gleich oder größer als der angeblich größte Erdumfang am Äquator ist. Berechnungen von Sydney, Australien nach Wellington, Neuseeland bei einem Durchschnitt von 37,5 Grad Süd ergaben einen Umfang von 25.500 Meilen, immer noch größer. Nach der Erdkugeltheorie dürfte der Erdumfang am 37,5. südlichen Breitengrad nur 19.757 Seemeilen betragen, fast 6.000 Meilen weniger als die angewandten Maße. 42. Beim Erdkugelmodell ist die Antarktis ein Eiskontinent, der den Boden der Erdkugel vom 78. südlichen Breitengrad zum 90. bedeckt und daher nicht mehr als 19.300 Kilometer im Umfang ist. Viele frühe Forscher wie Captain Cook und Captain Clark Ross brauchten jedoch bei ihrer versuchten Umsegelung der Antarktis drei bis vier Jahre und zählten dabei 80 bis 100.000 Kilometer. Das britische Schiff Challenger machte ebenfalls eine indirekte, aber vollständige Umsegelung der Antarktis, dabei durchkreuzt es 111.000 Kilometer. Dies ist gänzlich unstimmig mit dem Erdkugelmodell. 43. Wenn die Erde eine Kugel wäre, dann gäbe es zahlreiche Flüge in der südlichen Hemisphäre, die ihre schnellsten, kürzesten Routen über die Antarktis haben würden, wie zum Beispiel Santiago de Chile nach Sydney, Australien. Anstatt die schnellste, kürzeste Route in einer geraden Linie über die Antarktis zu nehmen, leidet man mit der Behauptung, dass die Temperaturen für den Luftverkehr zu kalt wären, sämtliche solche Flüge in alle Richtungen weg von der Antarktis. Zieht man die Tatsache in Betracht, dass es zahlreiche Flüge zur von der über die Antarktis gibt und die NASA behauptet, dass sie die Technologie hätte, sie in weit kälteren und heißeren Bedingungen als irgendwelche auf der Erde bestehenden zu unternehmen, dann ist solche eine Erklärung deutlich nur eine Ausrede und diese Flüge werden nicht unternommen, weil sie unmöglich sind. 44. Wenn die Erde eine Kugel wäre und die Antarktis zum Überfliegen zu kalt, dann wäre der einzig folgerichtige Weg, um von Sydney nach Santiago zu fliegen, eine gerade Route über den Pazifik, den ganzen Weg über in der südlichen Hemisphäre bleibend. Nachtanken könnte in Neuseeland oder irgendeinem anderen Ort der südlichen Hemisphäre entlang der Route erledigt werden, falls nötig. Tatsächlich jedoch geht die Route Sydney-Santiago in die nördliche Hemisphäre mit Zwischenlandung in Los Angeles und anderen nordamerikanischen Flughäfen, bevor es weiter hinunter in die südliche Hemisphäre zurückgeht. Solche lächerliche, eigenwillige Umwege machen auf einer Erdkugel keinen Sinn, machen aber vollkommen Sinn und bilden eine gerade Linie, wenn sie auf einer Weltkarte der flachen Erde aufgerissen werden. 45. Auf einer Erdkugel sollte Johannesburg-Südafrika nach Perth-Australien eine gerade Verbindung über dem Indischen Ozean mit praktischen Möglichkeiten zum Nachtanken auf Marizus oder Madagaskar sein. In der tatsächlichen Praxis jedoch gehen die meisten Flüge von Johannesburg nach Perth merkwürdigerweise über Dubai, Hongkong oder Malaysia, was auf einer Erdkugel keinen Sinn macht, aber vollkommen verständlich ist, wenn man eine Weltkarte der flachen Erde betrachtet. 46. Auf einer Erdkugel sollte Kapstadt-Südafrika nach Buenos Aires-Argentinien eine gerade Verbindung über den Atlantischen Ozean sein, derselben Linie des Breitengrades folgend, aber stattdessen geht der Flug erstmal zu Verbindungsflughäfen der nördlichen Hemisphäre mit Zwischenlandungen in London oder Istanbul oder Dubai. Erneut macht dies absolut keinen Sinn auf einer Erdkugel, aber sind gänzlich verständliche Möglichkeiten auf einer Weltkarte der flachen Erde. 47. Auf einer Erdkugel sollte Johannesburg-Südafrika nach Sao Paulo-Brasilien eine schnelle gerade Verbindung entlang des 25. südlichen Breitengrades sein, aber stattdessen macht jeder Flug zuerst in London einen Halt zum Nachtanken. Der einzige Grund für solch eine lächerliche Zwischenlandung ist der, dass die Erde flach ist. 48. Auf einer Erdkugel sollte Santiago de Chile nach Johannesburg-Südafrika ein leichter Flug sein, der unterhalb des südlichen Wendekreises in der südlichen Hemisphäre stattfindet und doch macht jeder registrierte Flug zuerst einen kuriosen Stopp zum Nachtanken in der nördlichen Hemisphäre nahe des nördlichen Wendekreises in Senegal. Auf einer Weltkarte der flachen Erde betrachtet ist der Grund dafür jedoch deutlich zu sehen. Senegal ist auf einer geraden Linie in der Mitte der Verbindung zwischen den beiden Orten. 49. Wenn die Erde wirklich eine durch eine 150 Millionen Kilometer entfernte Sonne erwärmte drehende Kugel wäre, wäre es unmöglich, gleichzeitig brühende Hitzesommer in Afrika zu haben, während nur einige tausend Kilometer entfernt klirrende arktische und antarktische Winter herrschen, welche wenig bis überhaupt keine Wärme der Sonne genießen. Wenn die Wärme der Sonne 150 Millionen Kilometer bis zur Sahara unterwegs ist, dann ist es abwegig anzunehmen, dass die 6500 Kilometer, also 0,00004 Prozent mehr zur Antarktis, solch drastische Unterschiede ergeben würden, die der Antarktis solch brütende Hitze verwehren. 50. Wenn die Erde wirklich eine Kugel wäre, dann sollten die arktischen und antarktischen Polargebiete vergleichbarer Breitengrade nördlich und südlich des Äquators gemeinsame ähnliche Bedingungen und Eigenschaften haben, wie vergleichbare Temperaturen, Jahreszeiten, Länge des Tageslichts, Tier- und Pflanzenwelt. In Wirklichkeit jedoch unterscheiden sich die arktischen und antarktischen Polargebiete vergleichbarer Breitengrade nördlich und südlich des Äquators in vielen Dingen beträchtlich, unvereinbar mit dem Modell der Erdkugel und gänzlich vereinbar mit dem Modell der flachen Erde. 51. Die Antarktis ist bei weitem der kälteste Platz auf Erden mit einer jährlichen Durchschnittstemperatur von minus 32 Grad und einem gemessenen Rekordtief von minus 75,5 Grad. Die durchschnittliche Jahrestemperatur am Nordpol jedoch ist relativ milde, minus 15,6 Grad. Im ganzen Jahr schwanken die Temperaturen in der Antarktis verglichen mit den in ähnlichen arktischen Breiten nur um die Hälfte. Die nördliche arktische Region genießt milde, warme Sommer und überschaubare Winter, wohingegen die südliche antarktische Region sich nie genug aufwärmt, den ewigen Schnee und das ewige Eis zu schmelzen. Auf einer geneigten, wackelnden Erdkugel, welche sich gleichmäßig um die Sonne dreht, sollten sich arktische und antarktische Temperaturen nicht so übermäßig unterscheiden. 52. Auf Island am 65. nördlichen Breitengrad sind 870 einheimische Pflanzenarten und eine große Vielzahl tierischen Lebens zu finden. Verglichen mit der am 54. südlichen Breitengrad liegenden Insel Georgien, derselbe Breitengrad wie Kanada oder England im Norden, wo dichte Wälder und zahlreiche große Bäume reichlich vorhanden sind, schrieb der berüchtigte Käpt'n Cook, dass er auf Georgien keinen einzigen Busch groß genug vorgefunden hätte, um aus ihm einen Zahnstocher zu machen. Cook schrieb, Kein Baum war zu sehen. Die Länder, die im Süden liegen, sind von der Natur zu ewiger Ödnis verdammt, nie die Wärme der Sonnenstrahlen zu fühlen, welche mir die Worte fehlen, um ihren Schrecken und ihre Grobheit zu beschreiben. Selbst das Leben im Meer ist in weiten Abschnitten dürftig und der Seevogel, der über die verlassene Ödnis fliegt, ist ein seltener Anblick. Die Gegensätze zwischen dem organischen Leben in den arktischen und den antarktischen Gebieten ist beträchtlich und bemerkenswert. 53 Ein Orten vergleichbarer nördlicher und südlicher Breite verhält sich die Sonne sehr anders, als wie sie sich auf einer drehenden Kugel verhalten würde, aber genau so, wie sie sich auf einer flachen Erde verhalten würde. Zum Beispiel sind die längsten Sommertage nördlich des Äquators viel länger als die längsten südlich des Äquators und die kürzesten Wintertage nördlich des Äquators sind viel kürzer als die kürzesten südlich des Äquators. Dies ist unerklärlich auf einer einheitlich drehenden, wackelnden Kugel, passt aber genau auf das Modell der flachen Erde mit der Sonne, welche in Kreisen auf und um die Erde von Wendekreis zu Wendekreis wandert. 54 An Orten vergleichbarer nördlicher und südlicher Breite ereignen sich Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sehr anders, als wie es auf einer rotierenden Kugel geschehen würde, aber genau so, wie sie auf einer flachen Erde geschehen sollen. Im Norden geht die Sonne langsam auf und unter und scheint länger als im Süden, wo sie schnell auf und unter geht. Bestimmte Orte im Norden sind über eine Stunde in der Dämmerung, während den vergleichbaren und südlichen Breiten das Sonnenlicht innerhalb von Minuten verschwindet. Dies ist unerklärlich auf einer sich einheitlich drehenden, wackelnden Kugel, jedoch genau das, was auf einer flachen Erde erwartet wird, auf der die Sonne schnellere, weitere Kreise über dem Süden zieht und langsamere, engere Kreise über dem Norden. 55 Wenn die Sonne jede 24 Stunden über und um die Erde kreist, dabei unaufhörlich jede sechs Monate von Wendekreis zu Wendekreis wandert, folgt daraus, dass die nördliche, zentrale Region jährlich weitaus mehr Hitze und Sonnenlicht genießen würde, als die südliche Region am Rand der Erde. Da die Sonne über die größere südliche Region in denselben 24 Stunden wandern muss wie über die kleinere nördliche Region, muss ihre Wanderung auch entsprechend schneller gehen. Dies erklärt vollkommen die unterschiedlichen arktischen, antarktischen Temperaturen, Jahreszeiten, Länge des Tageslichts, Tier- und Pflanzenwelt. Dies ist der Grund, warum die antarktischen Morgen- und Abenddämmerungen im Vergleich zum Norden sehr abrupt sind und dies erklärt, warum bei dem Phänomen der arktischen Mitternachtssonne die Sonne überhaupt nicht untergeht. 56 Die Mitternachtssonne ist ein arktisches Naturschauspiel, welches jährlich während der Sommersonnenwende stattfindet, bei dem an mehreren Tagen hintereinander der sich weit genug nördlich befindende Betrachter der Sonne dabei zuschauen kann, wie sie über ihm die Kreise zieht, am Himmel den ganzen Tag über steigt und fällt, jedoch 72 Stunden am Stück niemals voll untergeht. Wenn die Erde wirklich eine um die Sonne kreisende, drehende Kugel wäre, dann wären die einzigen Orte, um ein solches Naturschauspiel wie die Mitternachtssonne beobachten zu können, die beiden Pole. Irgendein anderer Aussichtspunkt vom 89. Breitengrad abwärts könnte nie gleichgültig irgendeiner Neigung die Sonne 24 Stunden an einem Stück sehen. Um die Sonne für eine ganze Drehung auf einer rotierenden Kugel zu sehen, müsste man durch viele Kilometer Land und Meer sehen können. 57. Das herrschende System behauptet, dass die Mitternachtssonne in der Antarktis beobachtet werden kann, aber sie haben weder ungeschnittene Videos, dies zu dokumentieren, noch erlauben sie unabhängigen Forschern, während der Wintersonnenwende zur Antarktis zu fahren, um die Behauptung zu bestätigen oder zu widerlegen. Andererseits gibt es Dutzende öffentlich erhältlicher Videos über die arktische Mitternachtssonne und sie ist zweifellos bewiesen. 58. Es wurde von der Königlich-Belgischen Geografischen Gesellschaft in belgische Antarktisexpeditionen aufgezeichnet, dass während des härtesten Teils des antarktischen Winters ab dem 71. südlichen Breitengrad die Sonne am 17. Mai untergeht und bis zum 21. Juli nicht mehr am Horizont gesehen wurde. Dies spricht gänzlich gegen die Erdkugeltheorie, aber wird leicht durch das Modell der flachen Erde erklärt. Die Mitternachtssonne wird von hoher Lage in extremen nördlichen Breitengraden im arktischen Sommer gesehen, weil die Sonne in ihrem innersten Kreis eng genug um die arktische Mitte der Erde kreist, dass sie für jemanden an solch einem Aussichtspunkt sichtbar bleibt. Zum Vergleich verschwindet in äußerst südlichen Breiten die Sonne für über zwei Monate ganz außer Sicht, weil sie dort am nördlichen Wendekreis, dem innersten Bogen ihrer Wanderung, die nördliche Mitte zu eng umkreist, um vom südlichen Erdumfang gesehen zu werden. 59 Gabriel Henriette zitierend Die Theorie der Drehung der Erde mag durch den Hinweis auf die folgende Unachtsamkeit ein für alle Mal und endgültig als undurchführbar bloßgestellt werden. Es wird gesagt, dass ihre Drehung 24 Stunden in Anspruch nimmt und ihre Geschwindigkeit dabei gleich bleibt. In diesem Fall sollten Tage und Nächte zwangsläufig das ganze Jahr über jeweils dieselbe Dauer von zwölf Stunden haben. Die Sonne sollte zur gleichen Zeit jeden Morgen aufgehen und abends untergehen, mit dem Ergebnis, dass es vom 1. Januar bis zum 31. Dezember jeden Tag eine Tag- und Nachtgleiche geben sollte. Man sollte einmal einhalten und darüber nachdenken, bevor man sagt, dass die Erde eine Drehbewegung hat. Wie verursacht das System der Gravitation die verschiedenen jahreszeitlichen Längen von Tag und Nacht, wenn die Erde mit einer einheitlichen Geschwindigkeit in 24 Stunden rotiert? 60 Jeder kann selber mit nichts mehr als einer Wasserwaage, zwei Dreibeinen und einem Holzbrett nachprüfen, ob der Meeresspiegel vollkommen flach und die ganze Erde vollkommen flach ist. Stelle einfach in beliebiger Höhe ein 1,80 bis 3,50 Meter gerades, waagerechtes auf die Kante gestelltes Brett auf zwei Dreibeine und betrachte den Horizont aus der Augenhöhe hinter dem Brett. Der ferne Horizont wird immer vollkommen parallel in einer Flucht mit der Oberkante des Brettes sein. Wenn du außerdem in einem Halbkreis von einem Ende des Brettes zum anderen gehst und dabei den Horizont über die Oberkante im Auge behältst, wirst du klar flache 20 bis 30 Kilometer verfolgen können, abhängig von deiner Höhe. Dies wäre unmöglich, wenn die Erde eine Kugel wäre und die Wasseroberfläche ausgebuchtet. Wenn die Erde wirklich eine Kugel mit 40.000 Kilometer Umfang wäre, dann wäre der Horizont mit der Mitte des Brettes in einer Flucht, würde dann jedoch allmählich sichtlich nach beiden Seiten hin abnehmen. Allein 16 Kilometer zu jeder Seite würden schon eine sichtbare Krümmung von 20 Meter von jedem der Enden bis zur Mitte mit sich bringen. 61 Wenn die Erde wirklich eine große Kugel mit einem Umfang von 40.000 Kilometer wäre, dann wäre der Horizont beim Meeresspiegel sichtbar gekrümmt und alles, was auf dem Horizont wäre oder sich ihm nähert, wäre aus unserer Sicht leicht nach hinten gekippt. Entfernte Gebäude am Horizont würden wie schiefe Türme von Pisa ausschauen, vom Betrachter weg geneigt. Ein aufsteigender Heißluftballon, der dann stetig von dir abtreibt, würde auf eine Erdkugel langsam und beständig mehr und mehr zurückgelehnt erscheinen. Je weiter er wegfliegt, der Boden des Korbes allmählich sichtbar, während die Spitze des Ballons außersichtweite gerät. In Wirklichkeit jedoch bleiben Gebäude, Balance, Menschen, einfach alles im rechten Winkel zum Bodenhorizont, ganz gleich, in welcher Entfernung sich der Betrachter befindet. 62 Dr. Samuel Rowbothams Experimente am Old Bedford-Kanal bewiesen eindeutig, dass das Wasser des Kanals über eine Strecke von 10 Kilometer vollkommen flach ist. Zuerst stand er mit einem Teleskop im Kanal, es 20 Zentimeter über die Wasseroberfläche halten, dann ruderte sein Freund mit einem Boot mit einer angebrachten 1,50 Meter hohen Flagge 10 Kilometer weg. Wenn die Erde eine Kugel mit einem Umfang von 40.000 Kilometer wäre, dann sollte die Strecke von 10 Kilometer einen Bogen von 1,80 Meter Höhe in der Mitte umfassen, sodass das gesamte Boot mit der Flagge letztendlich hätte verschwinden müssen, wohingegen das gesamte Boot mit der Flagge in derselben Höhe die Ganzfahrt übersichtbar blieb. 63 In einem zweiten Experiment stellte Dr. Rowbotham sieben Flaggen am Rande des Wassers auf, jede von ihnen 1,6 Kilometer von der nächsten entfernt und anderthalb Meter über der Oberfläche. In der Nähe der letzten stellte er eine längere, 2,4 Meter Stange auf mit einer 90 Zentimeter großen Flagge, sodass ihr unteres Ende perfekt mit den Spitzen der anderen Fahnen in einer Flucht ist. Nun befestigte er ein Teleskop an der Spitze der ersten Flagge und machte seine Beobachtung. Alle Flaggen waren vollkommen in einer Linie. Wenn die Erde eine Kugel mit einem Umfang von 40.000 Kilometer ist, dann müsste sich jede darauffolgende Flagge um ein bestimmtes und eindeutiges Maß von der vorherigen verringern. Die erste und zweite Flagge halten sich in der Sichtlinie, die dritte Flagge sollte dann um 20 Zentimeter zur zweiten fallen, die vierte um 80 Zentimeter, die fünfte um 1,80 Meter, die sechste um 3,20 Meter und die siebte sollte klarer 5 Meter unterhalb der Sichtlinie sein. 64 Die Erde keine Kugel, Dr. Samuel Rowbotham zitierend. Es ist bekannt, dass der Meeresspiegel gleichgültig, wie weit er sich nach links oder rechts vom Betrachter an Land ausdehnt, immer wieder eine gerade Linie erscheint. Der folgende Versuch wurde in verschiedenen Teilen des Landes durchgeführt. In Brighton, auf einer Anhöhe nahe der Rennbahn, wurden mit einem Abstand von 5,5 Meter zwei Pfosten direkt gegenüber dem Meer montiert. Zwischen diesen Pfosten wurde eine Schnur straff gespannt, die parallel zum Horizont verläuft. Von der Mitte der Schnur aus umfasste der Blick nicht weniger als 32 Kilometer auf jeder Seite, was eine Strecke von 64 Kilometer ergibt. Eine westwärts segelnde Fregatte wurde beobachtet. Die Schnur durchschnitt die Takellage ein wenig oberhalb der Bollwerke, was sie stundenlang tat, bis die Fregatte die vollen 64 Kilometer gesegelt ist. Das aus dem Osten kommende Schiff hätte die schräge Oberfläche für 32 Kilometer hochsegeln müssen, bis sie in der Mitte des Bogens angekommen wäre, von wo aus sie die gleiche Strecke hinunter gesegelt wäre. Die Quadratzahl von 32 Kilometer multipliziert mit 2,4 Meter ergibt 81 Meter als die Summe, die die Fregatte unterhalb der Schnur am Anfang und am Ende der 64 Kilometer wäre. 65, ebenfalls Dr. Samuel Robotham zitierend. An der Küste nahe Waterloo, einige Kilometer nördlich von Liverpool, wurde ein gutes Teleskop auf einer Höhe von 1,80 Meter über dem Wasser angebracht. Es wurde auf einen großen Dampfer gerichtet, der gerade den Fluss Mersey verließ und nach Dublin segelte. Allmählich näherte sich die Mastspitze des sich entfernenden Schiffes dem Horizont, bis es schließlich nach dem vier Stunden vergingen, verschwand. Die gewöhnliche Geschwindigkeit eines nach Dublin segelnden Dampfers war ein voller 13 kmh, sodass das Schiff mindestens 51 Kilometer entfernt würde, wenn die Mastspitze den Horizont erreicht. Die 1,80 Meter Höhe des Teleskops würde den Abzug von rund 5 Kilometern durch die Ausbuchtung erfordern, was 47 Kilometer geben würde. Davon die Quadratzahl mal die 12 Zentimeter ergibt 170 Meter. Abgezogen 24 Meter für die Höhe des Hauptmasts und wir stellen fest, dass gemäß der Doktrin der Rundheit die Mastspitze des in See gestochenen Dampfers 146 Meter unterhalb des Horizonts sein sollte. Viele andere Versuche dieser Art wurden bei in See stechenden Dampfern durchgeführt und immer mit dem gänzlich unverträglichen Ergebnis hinsichtlich der Theorie der Erdkugel. 66. Dr. Robotham führte einige andere Experimente aus, bei denen er Teleskope, Nivellierwagen und Theodoliten besondere Präzisionsinstrumente, um Winkel an vage- und senkrechten Fällen zu messen, verwendete. Indem er sie in gleicher Höhe aneinander ausrichtete, bewies er immer und immer wieder überzeugend, dass die Erde über Kilometer vollkommen flach ist, ohne einen einzigen Zentimeter Krümmung. Seine Ergebnisse verursachten in der wissenschaftlichen Gesellschaft einen ziemlichen Aufruhr und dank seiner 30-jährigen Bemühungen wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Gestalt der Erde heiß diskutiert. 67. Die Entfernung von Douglas auf der Isle of Man zum Great Orms Head durch die irische See beträgt 96 Kilometer. Wenn die Erde eine Kugel wäre, dann würde die Oberfläche des Wassers zwischen ihnen einen 96 Kilometer langen Bogen bilden. Die Mitte würde die Küstenlinien an beiden Enden um 593 Meter überragen. Es ist jedoch bekannt und leicht aufzuklären, dass man an einem klaren Tag von einer gemäßigten Anhöhe von 30 Meter aus den Great Orms Head von Douglas erblicken kann. Dies wäre gänzlich unmöglich auf einer Erdkugel mit 40.000 Kilometer Umfang. Angenommen, die 30 Meter Anhöhe lassen den Horizont 21 Kilometer vorgezogen erscheinen, so sollten doch die restlichen 75 Kilometer der Strecke die walisische Küstenlinie unmöglich 449 Meter unter die Sichtlinie fallen lassen. 68. Die Skyline von Philadelphia ist vom Apple Pie Hügel in New Jersey Pine Barrens, 64 Kilometer weit entfernt, deutlich sichtbar. Wenn die Erde eine Kugel von 40.000 Kilometer Umfang wäre und man die 62 Meter hohe Anhöhe des Hügels berücksichtigt, dann sollte die Skyline von Philadelphia gut hinter einer Krümmung von 102 Metern versteckt sein. 69. Die Skyline von New York ist vom Beer Mountain im Harrison State Park 97 Kilometer weit entfernt deutlich zu sehen. Wenn die Erde eine Kugel von 40.000 Kilometer Umfang wäre, dann sollte sich die Skyline vom Big Apple vom 391 Meter hohen Gipfel des Beer Mountains aus betrachtet unsichtbar hinter 52 Meter gekrümmter Erde befinden, den Leersatz des Pythagoras verwendend. 70. Von einem Aussichtspunkt auf dem Washington-Felsen in New Jersey in einer Höhe von nur 122 Metern ist es möglich, an einem klaren Tag sowohl die Skyline von New York als auch Philadelphia in gegensätzlichen Richtungen zur gleichen Zeit zu sehen. Im Ganzen eine Entfernung von 193 Kilometer überspannend. Wenn die Erde eine Kugel mit einem Umfang von 40.000 Kilometer wäre, sollten beide Skylines hinter einer Erdkrümmung von 244 Meter verborgen sein. 71. Es ist oft möglich, über den Michigensee vom anderen Ufer aus in 97 Kilometer Entfernung die Skyline von Chicago zu betrachten. Nachdem 2015 der Fotograf Joshua Nowicki dieses Phänomen im Bild festhielt, behaupteten mehrere Nachrichtensendungen rasch, dass sein Foto eine Luftspiegelung darstelle, eine durch eine Temperaturumkehr verursachte atmosphärische Besonderheit. Während diese sicherlich geschehen, war die besagte Skyline jedoch richtig herum und deutlich zu sehen, ungleich einer flimmernden optischen Täuschung, und sollte sich auf einer Erdkugel mit 40.000 Kilometer Umfang 732 Meter unterhalb des Horizonts befinden. 72. Am 16.10. 1854 berichtete die Times vom Besuch der Königin von Great Grimsby von Hall, erwähnend, dass sie in der Lage waren, den 91 Meter hohen Turm des Hafenbeckens in 113 Meter Entfernung gesehen zu haben. Auf einer Erde mit einem Umfang von 40.000 Kilometer, den Aussichtspunkt von 3 Meter Höhe über dem Wasser und den Turm von 91 Meter Höhe berücksichtigt, sollte der Turm ganze 780 Meter unterhalb des Horizonts bleiben. 73. 1872 berichteten Käpt'n Gibson und seine Mannschaft, als sie sich auf ihrem Schiff Thomas Wood auf dem Weg von China nach London befanden, dass sie die ganze Insel von St. Helena an einem klaren Tag in 121 Kilometer Entfernung gesehen haben. Auf einer Kugel von 40.000 Kilometer Umfang sollte sich die Insel 1095 Meter unterhalb der Sichtlinie befinden, die Höhe ihres Aussichtspunktes während der Beobachtung eingerechnet. 74. Die Insel Gorgona kann häufig vom italienischen Genua von einer Höhe von gerade 21 Meter über dem Meeresspiegel in einer Entfernung von 130 Kilometer gesehen werden. Wenn die Erde eine Kugel mit einem Umfang von 40.000 Kilometer wäre, sollte sich Gorgona unter einer Krümmung von 1 Kilometer verstecken. 75. Vom italienischen Genua von einer Höhe von gerade 21 Meter über dem Meeresspiegel aus kann man die Insel Corsica in einer Entfernung von 159 Kilometer sehen. Wenn die Erde eine Kugel mit einem Umfang von 40.000 Kilometer wäre, sollte sich Corsica unter einer Krümmung von 1599 Meter über anderthalb Kilometer unterhalb des Horizonts verbergen. 76. Ebenfalls vom 21 Meter über dem Meeresspiegel gelegenen Genua aus kann man die 164 Kilometer entfernte Insel Capraia sehen. Wenn die Erde eine Kugel von 40.000 Kilometer Umfang wäre, dann sollte sich Capraia hinter einer angeblichen Krümmung von 1.708 Meter befinden, mehr als anderthalb Kilometer. 77. Auch die Insel Elba kann man von Genua aus sehen. Sie ist unglaubliche 201 Kilometer entfernt. Wenn die Erde eine Kugel von 40.000 Kilometer Umfang wäre, sollte sie ewig hinter 2,67 Kilometer Krümmung verborgen bleiben. 78. Von einem Aussichtspunkt von 32 Meter aus kann von Anchorage, Alaska an klaren Tagen der Mount Foraker in 193 Kilometer Entfernung gesehen werden. Wenn die Erde eine Kugel von 40.000 Kilometer Umfang wäre, sollte sich der 5.304 Meter hohe Gipfel des Mount Foraker vom Betrachter aus zurücklehnen, verdeckt von 2.353 Meter gekrümmter Erdoberfläche. In Wirklichkeit kann man den ganzen Berg jedoch leicht vom Fuß bis zum Gipfel aufrecht aufragen sehen. 79. Von einem Aussichtspunkt von 32 Meter aus kann von Anchorage, Alaska an klaren Tagen der Mount McKinley mit bloßem Auge in 209 Kilometer Entfernung gesehen werden. Wenn die Erde eine Kugel von 40.000 Kilometer Umfang wäre, sollte sich der 6.194 Meter hohe Gipfel des Mount McKinley vom Betrachter aus zurücklehnen und verdeckt von 2.810 Meter gekrümmter Erdoberfläche sein. In Wirklichkeit jedoch kann man den ganzen Berg leicht vom Fuß bis zum Gipfel aufrecht aufragen sehen. 80. In Chambers Journal berichtete im Februar 1895 ein Seemann, dass er nahe Mauritius im Indischen Ozean ein Schiff gesehen hat, das, wie sich herausstellte, unglaubliche 322 Kilometer entfernt war. Der Vorfall löste damals in der Seefahrt hitzige Debatten aus, zudem bestätigt wurde, dass in Aden, Jemen ein anderer Zeuge berichtete, einen vermissten Dampfer aus Bombay in 322 Kilometer Entfernung gesehen zu haben. Er beschrieb das genaue Aussehen, den genauen Ort und Kurs des Dampfers, später von allen Passagieren an Bord bestätigt. Diese Sichtungen sind absolut unerklärlich, wenn die Erde eine Kugel mit einem Umfang von 40.000 Kilometer wäre, denn bei einer Entfernung von 320 Kilometer wären die Schiffe 8 Kilometer unterhalb der Sichtlinie. 81. Die Entfernung, in der verschiedene Leuchttürme überall auf der Welt vom Meer aus zu sehen sind, übersteigt deutlich jene einer Erdkugel mit einem Umfang von 40.000 Kilometer. Das Feuer von Dünkirchen in Nordfrankreich zum Beispiel ist bei einer Höhe von 59 Meter in 45 Kilometer Entfernung von einem Schiff aus zu sehen. Sphärische Trigonometrie schreibt vor, dass dieses Licht 58 Meter unter dem Horizont verborgen sein sollte, wenn die Erde eine Kugel mit der dazugehörigen Krümmung von 20 Zentimeter je 1,6 Kilometer wäre. 82. Das Feuer des Leuchtturms von Port Nicholson auf Neuseeland ist 128 Meter über dem Meeresspiegel und 50 Kilometer weit sichtbar, was bedeutet, dass es 67 Meter unterhalb des Horizonts sein sollte. 83. Das Egeröfeuer in Norwegen ist 47 Meter über dem Wasser und von 45 Kilometer aus sichtbar, wo es doch eigentlich 70 Meter unterhalb des Horizonts sein sollte. 84. Das Licht von Madras auf der Promenade ist 40 Meter hoch und von 45 Kilometer sichtbar, wo es 76 Meter unterhalb der Sichtlinie sein sollte. 85. Das Cordorant-Feuer an der Westküste Frankreichs ist 63 Meter hoch und 50 Kilometer weit sichtbar, was es 85 Meter unter die Sichtlinie versetzen würde. 86. Das Licht am Kap Bonavista in Neuseeland ist 46 Meter über dem Meeresspiegel und 57 Kilometer sichtbar, wo es doch eigentlich 150 Meter unter dem Horizont sein sollte. 87. Und der Kirchturm der St. Bottholfe-Gemeinde in Boston ist mit seinem Licht 88 Meter hoch und 64 Kilometer sichtbar, wo er doch eigentlich ganze 244 Meter unter dem Horizont verborgen sein sollte. 88. Der Leuchtturm der Isle of Wight ist 55 Meter hoch und kann bis zu 68 Kilometer weit gesehen werden. Eine Entfernung, bei der gemäß der modernen Astronomie das Licht 304 Meter unter die Sichtlinie fallen sollte. 89. Der Cape La Goulhas-Leuchtturm in Südafrika ist 10 Meter hoch und 73 Meter über dem Meeresspiegel. Er kann aus über 80 Kilometer Entfernung gesehen werden. Wenn die Erde eine Kugel wäre, würde dieses Feuer 427 Meter unter die Sichtlinie des Betrachters fallen. 90. Die Freiheitsstatue in New York steht 99 Meter über dem Meeresspiegel und an einem klaren Tag kann man sie 96 Kilometer weit sehen. Wenn die Erde eine Kugel wäre, dann würde sie die Freiheitsdame auf unmögliche 632 Meter unter den Horizont drücken. 91. Den Leuchtturm von Port Said, Ägypten, kann man mit einer Höhe von nur 18 Meter erstaunliche 93 Kilometer weit sehen, während er doch gemäß moderner Astronomie eigentlich 665 Meter unter der Sichtlinie sein sollte. 92. Die 123 Meter hohe Kirchturmspitze von Notre-Dame in Antwerpen misst vom Fuße des Turms 143 Meter über dem Meeresspiegel. Mit Hilfe eines Teleskops können Schiffe am Horizont kategorisiert werden und Kapitäne erklären, dass sie die Spitze der Kathedrale von unglaublichen 241 Kilometer Entfernung aus sehen können. Wenn die Erde jedoch eine Kugel wäre, dann sollte die Spitze des Turms 1,6 Kilometer unterhalb des Horizonts sein. 93. Die Entfernung quer durch den St. George's Kanal zwischen Holyhead und Kingston Harbour nahe Dublin beträgt mindestens 96 Kilometer. Es ist für Passagiere, wenn sie sich auf oder jenseits der Mitte des Kanals befinden, keine ungewöhnliche Sache, das Licht des Peers von Holyhead und von Poolback in der Dubliner Bucht zu bemerken. Der Leuchtturm von Holyhead Pier zeigt in einer Höhe von 13 Meter über dem Wasser ein rotes Licht und der Leuchtturm von Poolback zeigt in einer Höhe von 21 Meter zwei helle Lichter, sodass ein Schiff in der Mitte des Kanals von beiden Feuern 48 Kilometer entfernt wäre. Und angenommen, der Betrachter wäre an Deck und sieben Meter über dem Wasser, dann wäre der Horizont auf einer Erdkugel 10 Kilometer entfernt. 94. Vom Hochland nahe Portsmouth Harbour, England, kann man über den Spithead den gesamten Fuß der Isle of Wight sehen, wobei Land und Wasser eine 35 Kilometer lange vollkommen gerade Linie bilden. Gemäß der Erdkugeltheorie sollte sich die Isle of Wight von der Mitte um 25 Meter zu jeder Seite wegen der dazugehörigen Krümmung neigen. Die Fadenkreuze von guten Theodoliten haben jedoch gezeigt, dass Land und Wasser vollkommen waagerecht sind. 95. An einem klaren Tag kann man vom Hochland nahe Douglas Harbour auf der Isle of Man oft mit dem bloßen Auge die ganze Nordküste von Wales sehen. Vom Point of Eyre an der Mündung des D bis nach Holyhead zeigt sich eine Strecke von 80 Kilometer, die wiederholt als vollkommen plan festgestellt wurde. Wenn die Erde tatsächlich eine Krümmung von 20 Zentimeter pro 1,6 Kilometer zum Quadrat hätte, wie die NASA und die moderne Astronomie dies behaupten, dann würde sich die 80 Kilometer lange Küste von Wales entlang des Horizonts von der Bucht von Liverpool aus gesehen, auf jeder Seite des Mittelpunktes um leicht feststellbare 127 Meter neigen. 96. Wenn wir nachts eine Fahrt über die Chesapeake-Bucht unternehmen, dann sollten wir das Licht von Sharps Island eine Stunde sehen, bevor der Dampfer dort einläuft. Wir nehmen eine Position an Deck ein, bei der die Reling an der Seite des Schiffes in einer Sichtlinie mit dem Feuer des Turms liegt. Wir werden feststellen, dass das Licht die ganze Fahrt über in seiner sichtbaren Höhenlage kein bisschen abweicht. Aber sagen wir, eine Strecke von 21 Kilometer wurde überquert, dann verlangt die Theorie der Astronomen von der Krümmung eine Abweichung, hüben wie drüben, der Höhe des Lichts von 34,5 Metern. Da es jedoch nicht um eine Haaresbreite abweicht, haben wir einen klaren Beweis, dass die Chesapeake-Bucht nicht gekrümmt ist und somit beweist, dass die Erde keine Kugel ist. William Carpenter hundert Beweise, dass die Erde keine Kugel ist. 97. Die NASA und die moderne Astronomie behaupten, dass die Erde eine riesige Kugel sei, sich neigt, wackelt und sich mit einer Geschwindigkeit von 1600 kmh um ihre zentrale Achse dreht, mit 100.000 kmh um die Sonne kreist, mit 800.000 kmh um die Milchstraße wirbelt, während die gesamte Galaxis mit lächerlichen einer Milliarde kmh durch das Universum rast. All diese Bewegung von einem angeblichen Urknall vor 14 Milliarden Jahren stammend. Das wäre die genaue Summe von 1.079.124.500 kmh in verschiedene Richtungen gleichzeitig, in die wir Erdbewohner uns alle bewegen sollen. Aber bis jetzt hat jedoch noch nie jemand überhaupt nur eine dieser Bewegungen gesehen, gefühlt, gehört, gemessen oder bewiesen. 98. Die NASA und die moderne Astronomie sagen, dass Polaris der Nordstern irgendwas zwischen 323 und 434 Lichtjahren oder um die 3,2 Billiarden Kilometer von uns entfernt ist. Erst einmal sollte man festhalten, dass zwischen 3 Billiarden 118 Milliarden und 4 Billiarden 191 Milliarden Kilometer eine Differenz von einer Billiarde 171 Milliarden Kilometer besteht. Also über eine Billiarde. Wenn die moderne Astronomie sich bezüglich der Entfernung der Sterne nicht mal auf hunderte von Billionen Kilometern festlegen kann, dann ist ihre Wissenschaft fehlerhaft und ihre Theorie benötigt eine erneute Prüfung. Sogar wenn man ihnen ihre irrsinnig weit entfernten Sterne durchgehen lässt, so können heliozentrische Astronomen trotzdem nicht genau erklären, wie es Polaris schafft, stets gerade, fast in einer Linie über dem Nordpol zu bleiben, trotz angeblichen Kippens, Wackelns, Rotierens und Rasens der Erde. 99. Polaris befindet sich fast gerade über dem Nordpol und sollte eigentlich von irgendeinem Punkt der südlichen Hemisphäre einer Erdkugel nicht zu sehen sein. Um Polaris von der südlichen Hemisphäre aus zu sehen, müsste man durch die Erdkugel schauen und kilometerweise Land und Wasser müssten durchsichtig sein. Polaris kann jedoch ungefähr bis zum 23,5 südlichen Breitengrad gesehen werden. 100. Wenn die Erde eine Kugel wäre, würden das Kreuz des Südens und weitere südliche Sternbilder gleichzeitig von jedem Längengrad eines Breitengrades aus sichtbar sein, so wie dies im Norden bei Polaris und seinen umgebenden Sternbildern der Fall ist. Von jedem nördlichen Breitengrad aus kann man den großen, kleinen Bären und viele weitere gleichzeitig sehen, wohingegen man dies im Süden beispielsweise beim Kreuz des Südens nicht kann. Dies beweist, dass die südliche Hemisphäre nicht umgedreht ist, so wie im Erdkugelmodell, sondern sich einfach weiter vom nördlichen Mittelpunkt weg ausdehnt, so wie im Modell der flachen Erde. 101. Von Sigma Octantis wird gesagt, er sei der Südpolarstern, ähnlich dem Nordpolarstern Polaris, um den sich die Sterne der südlichen Hemisphäre in entgegengesetzte Richtung drehen. Ungleich Polaris kann Sigma Octantis jedoch nicht gleichzeitig von jedem Punkt entlang desselben Breitengrades gesehen werden. Er ist nicht zentral, sondern angeblich ein Grad jenseits der Mitte. Er ist nicht bewegungslos und tatsächlich kann er überhaupt nicht mittels der Öffentlichkeit zugänglichen Teleskopen gesehen werden. Es gibt berechtigte Zweifel, ob es Sigma Octantis überhaupt gibt. Wie auch immer, die Richtung, in die sich die Sterne bewegen, basiert auf der Perspektive und der genauen Richtung des Betrachters und nicht, in welcher Hemisphäre man sich befindet. 102. Einige Heliozentriker haben sogar versucht, uns nahezulegen, dass die allmähliche Abweichung oben am Himmel, wenn der Betrachter südwärts unterwegs ist, ein Beweis für die Kugelförmigkeit der Erde ist. Weit daneben, die Abweichung des Polarsterns oder jedes anderen Objektes, ist einfach ein Ergebnis der unterschiedlichen Blickwinkel. Der Blickwinkel schreibt vor, dass der Winkel und die Höhe des Objektes kleiner werden, je weiter man sich vom Objekt weg bewegt, bis zu einem bestimmten Punkt die Sichtlinie und die sich scheinbar erhebende Erdoberfläche zu einem Fluchtpunkt, sprich Horizontlinie, zusammenlaufen, hinter der das Objekt nicht mehr zu sehen ist. Beim Modell der Erdkugel wird vom Horizont behauptet, dass er die Krümmung der Erde ist, wohingegen der Horizont in Wirklichkeit lediglich perspektivisch das Ende des Sichtfeldes darstellt, abhängig von Sehkraft, Instrumenten, Wetter oder Aussichtspunkt. 103. Es gibt mehrere Sternbilder, welche in viel größerer Entfernung von der Erdoberfläche aus gesehen werden können, als dies bei einer drehenden, wackelnden, rasenden Kugel möglich sein sollte. Zum Beispiel kann der große Bär, sehr nahe an Polaris, vom 90. Grad nördlicher Breite, der Nordpol, bis hinunter zum 30. südlichen Breitengrad gesehen werden. Damit dies möglich wäre, müsste der Betrachter auf der südlichen Halbkugel durch hunderte oder tausende Kilometer ausgebuchteter Erde zum nördlichen Himmel sehen können. 104. Das Sternbild Fuchs kann vom Nordpol bis zum 55. südlichen Breitengrad gesehen werden. Stier, Fische und Löwe vom Nordpol bis zum 65. südlichen Breitengrad. Wassermann und Waage können vom 65. nördlichen Breitengrad bis zum 90. südlichen Breitengrad gesehen werden. Trotz irgendeiner Neigung sollte ein Betrachter auf einer Erdkugel folgerichtig nicht in der Lage sein, so weit zu sehen. 105. Wassermann und Waage können vom 65. nördlichen Breitengrad bis zum 90. südlichen Breitengrad gesehen werden. Das Sternbild Jungfrau ist sichtbar vom 80. Breitengrad im Norden bis hinunter zum 80. südlichen Breitengrad und Orion kann vom 85. Grad Nord bis hinunter zum 75. Grad Süd gesehen werden. Dies alles ist nur möglich, weil die Hemisphären gar keine Sphären sind, sondern vom zentralen Nordpol ausgehende, größer werdende Kreise von Breitengraden, über und um die sich die Sterne drehen. 106. Der sogenannte Südpol ist einfach ein willkürlich entlang des antarktischen Eises gesetzter Punkt, der mit einem rot-weißen Pfosten mit einer Erdkugel aus Metall an ihrer Spitze markiert wurde. Dieser feierliche Südpol ist jedoch, erwiesenermaßen und zugegeben, nicht der wirkliche Südpol, weil der eigentliche Südpol mithilfe eines nach Norden weisenden Kompasses als 360 Grad um den Betrachter herum nachweislich bestätigt werden könnte. Da dieses Kunststück nie vollführt wurde, bleibt das Modell reine Theorie, einhergehend mit der Ausrede des Systems, dass die geomagnetischen Pole angeblich ständig umherwandern, was eine Überprüfung ihrer Behauptung unmöglich macht. 107. Ringmagneten, wie man sie in Lautsprechern vorfindet, haben einen zentralen Nordpol mit dem gegensätzlichen Südpol, welcher tatsächlich alle Punkte des äußeren Umfangs ist. Dies zeigt hervorragend den Magnetismus auf unserer flachen Erde, wohingegen die angebliche Ursache des Magnetismus im Modell der Erdkugel von einem angeblichen geschmolzenen Erdkern ausgeht, von dem sie praktischerweise behaupten, dass er die Wanderung ihrer beiden Pole verursache, daher vermeiden sie eine unabhängige Überprüfung ihrer feierlichen Pole. In Wirklichkeit schaffte es der Versuch der tiefsten Bohrung in die Erde, die Cola-Bohrung, nur etwa 13 Kilometer hinunter. Also ist das gesamte in der Schule gelehrte Modell der Erdkugel mit ihren Schichten von Kruste, äußerem inneren Mantel, äußerem inneren Kern reine Spekulation, dabei nie tiefer als in die Kruste eindrangen. 108. Der Schiffskompass ist ein unmögliches und unsinniges Instrument für den Gebrauch auf einer Erdkugel. Er deutet gleichzeitig in Richtung Norden und Süden auf einer flachen Oberfläche. Sie behaupten jedoch, dass er sich an zwei wandernden geomagnetischen Polen an den gegenüberliegenden Enden einer rotierenden Kugel orientiert, welche von einem angeblichen geschmolzenen Metallkern her stammen. Wenn sich die Kompassnadeln wirklich nach einem Nordpol auf einer Erdkugel richten würden, dann würde sich die andere, nach Süden gerichtete Seite der Nadel nach oben in Richtung des Weltalls richten. 109. Es gibt keine feststehenden östlichen oder westlichen Punkte, genau wie es keinen feststehenden Süden gibt. Der zentrale Nordpol ist der einzig bewiesene feststehende Punkt auf unserer flachen Erde. Der Süden stellt alle geraden Linien dar, die vom Pol ausgehen. Osten und Westen sind konzentrische Kreise in gleichbleibenden rechten Winkel, 90 Grad vom Pol. Bei einer westlichen Umrundung der Welt befindet sich Polaris die ganze Zeit zu deiner rechten Seite, während Polaris sich bei einer östlichen Umrundung ständig zu deiner linken Seite befindet. 110. Magellan und die Ost-West-Umrundungen anderer werden oft als ein Beweis für das Erdkugelmodell genannt. In Wirklichkeit jedoch ist das Segeln oder Fliegen in rechten Winkeln zum Nordpol und die Wiederkehr zum Ausgangspunkt der Reise nicht schwieriger, als dies auf einer Kugel zu tun. Genau wie der Kompass eines Architekten auf den Mittelpunkt des flachen Blattes Papier gesetzt werden und einen Kreis um den Pol ziehen kann, so kann auch ein Schiff oder ein Flugzeug die flache Erde umrunden. 111. Da der Nordpol und die Antarktis schneebedeckte und bewachte Flugverbotszonen sind, sind keine Schiffe oder Flugzeuge bekannt, die je die Erde in Nord-Süd-Richtung umrundet haben. Die einzige Art der Erdumrundung, welche auf einer flachen Erde nicht geschehen kann, ist die nach Norden-Süden, was vermutlich genau der Grund für die strengen Flugbeschränkungen ist. Die Tatsache, dass es bisher keine einzige bestätigte Nord-Süd-Umrundung der Erde gab, dient als verbindlicher Beweis, dass die Erde keine Kugel ist. 112. Die Sonne spendet jeder Zeitzone den Mittag, wenn sie direkt oberhalb jedes 15. Grades der Begrenzungslinie vorbeizieht, 24 Mal am Tag bei ihrer kreisenden Wanderung über und um die Erde. Wenn Zeitzonen stattdessen durch die einheitliche Drehung der Erdkugel um die Sonne verursacht würden, müssten jede sechs Monate, wenn die Erde sich auf der anderen Seite der Sonne befinden würde, alle Uhren der Welt um zwölf Stunden verstellt werden. Der Tag wäre die Nacht und die Nacht wäre der Tag. 113. Die Vorstellung, dass auf bestimmten Teilen der Erde Menschen kopfüberstehen, Schiffe kopfüber segeln und Flugzeuge kopfüber fliegen, während andere um 90 Grad und alle anderen möglichen Winkel geneigt sind, ist vollkommener Unsinn. Die Vorstellung, wie ein Mensch ein Loch gerade in den Boden gräbt und irgendwann den Himmel auf der anderen Seite erreichen könnte, ist irrsinnig. Gesunder Menschenverstand sagt jedem unabhängig denkenden Menschen zu Recht, dass es wirklich ein Oben und Unten in der Natur gibt. Im Gegensatz zum Alles ist relativ sprachgebrauch des Modells von Newton und Einstein. 114. Von Lacanthius über die falsche Weisheit der Philosophen Eine Kugel, auf der Menschen auf deren anderer Seite mit den Füßen über dem Kopf leben, wo Regen, Schnee und Hagel aufwärts fallen, wo Bäume und Pflanzen umgekehrt wachsen und der Himmel tiefer ist als der Boden? Das antike Wunder der hängenden Gärten von Babylon ist nichts im Vergleich zu den Feldern, Meeren, Städten und Bergen, die laut heidnischen Philosophen ohne Unterstützung von der Erde herunterhängen. 115. Die existierenden Gesetze der Dichte und Schwerkraft erklärten vollkommen die Physik von fallenden Objekten, lange bevor der zum Ritter geschlagene Sir Isaac Newton der Welt seine Theorie der Gravitation bescherte. Es ist eine Tatsache, dass Objekte in einem dichteren Medium aufsteigen, während sie in einem weniger dichten Medium sinken. Passend zum heliozentrischen Modell, bei dem es kein oben und unten gibt, behauptete Newton stattdessen, dass Objekte von großen Massen angezogen werden und zur Mitte hinfallen. Nicht ein einziges Experiment in der Geschichte hat jedoch ein Objekt gezeigt, welches massiv genug ist, dass es allein durch die Wirkung seiner Masse andere, kleinere Massen dazu bringt, von ihm angezogen zu werden, wie Newton behauptet, dass Gravitation dies mit Erde, Sonne, Sternen und Planeten tue. 116. Es gab ebenfalls in der Geschichte kein einziges Experiment, dass ein Objekt zeigt, welches massiv genug ist, dass es allein durch die Wirkung seiner Masse andere, kleinere Massen dazu bringt, es zu umkreisen. Die zauberhafte Gravitationstheorie erlaubt es Meeren, Gebäuden und Menschen für immer an der Unterseite einer rotierenden Kugel zu haften, während sie gleichzeitig Objekten wie den Mond und die Satelliten veranlasst, in ewigen Umlaufbahnen um die Erde zu kreisen. Wenn beides wahr wäre, dann sollten Menschen hochspringen können und beginnen, in einer Umlaufbahn um die Erde zu kreisen, oder der Mond sollte schon längst in die Erde gezogen worden sein. Keine dieser Theorien wurde je durch ein Experiment bestätigt und ihre angeblichen Ergebnisse sind in beiden Fällen auszuschließen. 117. Newton theorisierte auch, und das wird nun allgemein gelehrt, dass die Meeresgezeiten der Erde durch die gravitative Anziehungskraft des Mondes verursacht werden. Wenn der Mond jedoch nur 3.474 Kilometer im Durchmesser misst und die Erde 12.874 Kilometer, dann schließt man unter Verwendung ihrer eigenen Berechnung und Gesetz, dass die Erde das 87-fache massivere und damit größere Objekt ist und das kleinere anziehen sollte und nicht umgekehrt. Wenn es die größere Gravitation der Erde ist, die den Mond in seiner Umlaufbahn hält, ist es für die geringere Gravitation des Mondes unmöglich, die Erde an deren Meeresspiegel zu verdrängen, wo ihre größere gravitative Anziehung sogar weiter die des Mondes übertrumpfen würde. Und wenn die Gravitation des Mondes wirklich jene der Erde verdrängen würde und verursachen würde, dass die Gezeiten zu ihm hingezogen würden, dann sollte es nichts geben, dass sie davon abhalten sollte, weiter zu ihrem großen Anziehungspunkt hoch- und hingezogen zu werden. 118. Außerdem sind die Geschwindigkeit und die Bahn des Mondes einheitlich und sollten daher eine einheitliche Wirkung auf die Gezeiten der Erde ausüben, während in Wirklichkeit die Gezeiten stark schwanken. Seen, Teiche, Pfützen und andere kleine stehende Wasseransammlungen der Erde entziehen sich unerklärlicherweise für immer dem gravitativen Zugriff des Mondes. Wenn die Gravitationen wirklich die Meere der Erde zu ihm hochziehen würde, sollten allerdings alle Seen, Teiche, Pfützen und andere stehende Wasseransammlungen ebenfalls Gezeiten haben. 119. Es wird behauptet, dass die anderen Planeten Kugeln sind und daher die Erde ebenfalls eine Kugel sein muss. Erstens ist die Erde plan und kein Planet, also ist die Gestalt der Planeten am Himmel nicht ausschlaggebend für die Gestalt der Erde unter unseren Füßen. Zweitens sind diese Planeten seit Tausenden von Jahren als Wandelsterne bekannt, da sie sich nur durch ihre relative Wanderung von den anderen feststehenden Sternen unterscheiden. Wenn man sie mit neutralem bloßen Auge oder durch ein Teleskop betrachtet, erscheinen feststehende und wandernde Sterne wie leuchtende Lichtscheiben und nicht wie kugelförmiges Festland. Die Bilder und Videos der NASA von kugelförmigen Festlandplaneten sind klar falsche computeranimierte und keine Fotos. 120. Die Herkunft des Wortes Planet kommt eigentlich vom altgriechischen Planate, vom altfranzösischen Planet, vom lateinischen Planeta, vom griechischen Planetes, vom Asteres Planetai, wandernde Sterne. Vom Planastai, Wandern, unbekannter Herkunft, möglicherweise von Pi, Pele, flach, ausbreiten oder sich ausbreitend. Und Plane, flache Oberfläche, vom lateinischen Planum, flach, waagerecht, eben, klar. Sie fügten nur ein T dazu und jeder nahm es ihnen ab. 121. Wenn du Sonne und Mond betrachtest, siehst du zwei gleich große, abstandsgleiche Kreise, die mit einer ähnlichen Geschwindigkeit ähnliche Pfade auf einer flachen, bewegungslosen Erde verfolgen. Die Experten der NASA behaupten jedoch, dass du mit dem täglichen Erleben und deinem gesunden Menschenverstand völlig falsch liegst. Es fängt damit an, dass sie sagen, die Erde ist nicht flach, sondern eine Kugel, nicht feststehend, sondern sich mit 30 km pro Sekunde drehend. Sie sagen, die Sonne dreht sich nicht um die Erde, wie es scheint, sondern die Erde dreht sich um die Sonne. Der Mond hingegen dreht sich um die Erde, wenn auch nicht von Ost nach West, wie es erscheint, sondern von West nach Ost. Und die Sonne ist eigentlich 400 Mal größer als der Mond und 400 Mal weiter entfernt. Genau, du kannst deutlich sehen, dass sie dieselbe Größe und Entfernung haben. Du kannst sehen, dass die Erde flach ist. Du kannst fühlen, dass sie feststeht, aber laut der frohen Botschaft der modernen Astronomie liegst du falsch und bist ein Dummkopf, über den man immer weiter herziehen darf, weil du es wagst, deinen eigenen Erlebnissen und Augen zu trauen. 122. Alan Daves zitierend. Wenn die Regierung oder die NASA sagen würde, dass die Erde sich nicht bewegt, stell dir das mal vor. Und dann stell dir vor, wie wir die Leute überzeugen wollten. Nein, nein, sie bewegt sich doch. Sie bewegt sich mit der 32-fachen Geschwindigkeit einer Gewehrkugel vorwärts und dreht sich mit 1600 kmh. Wir würden ausgelacht werden. So viele Leute würden uns sagen, ihr seid verrückt, die Erde bewegt sich nicht. Wir würden dafür, keine wissenschaftlichen Beweise für die verschrobene Erdbewegungstheorie zu haben, lächerlich gemacht werden. Und nicht nur das. Die Leute würden sagen, oh, und wie erklärt ihr die starre, ruhige Atmosphäre und die zu beobachtende Bewegung der Sonne? Wie erklärt ihr das? Stellt euch vor, wie wir den Leuten sagen, nein, nein, die Atmosphäre bewegt sich mit der Erde, aber sie ist irgendwie durch einen Zauber mit ihr verbunden. Der Grund ist nicht der, dass die Erde einfach still steht. Also macht das, was wir tun, Sinn. Wir sagen, dass die Theorie der sich bewegenden Erde Unsinn ist. Die Theorie der feststehenden Erde macht Sinn und wir werden ausgelacht. Man muss es sich einfach andersherum vorstellen, um zu realisieren, wie lächerlich unsere Lage ist. Die Theorie der Regierung und der NASA von der rotierenden, sich in einer Umlaufbahn befindlichen, schiefen Erde ist absoluter Unsinn und trotzdem klammern sich die Leute so eng an sie, wie an einen Teddybären. Sie können sich einfach nicht zu der Möglichkeit durchringen, dass die Erde ruht und das, obwohl alle Beweise es aufzeigen. Wir fühlen keine Bewegung, die Atmosphäre wurde nicht weggeblasen, wir sehen die Sonne von Ost nach West wandern. Alles kann durch eine ruhende Erde ohne die Behauptungen, die ihre früheren falschen Behauptungen untermauern sollen, erklärt werden. 123. Astronomische Zahlenangaben der Heliozentriker klingen immer vollkommen genau, aber sie sind in der Geschichte hinlänglich dafür bekannt, sie regelmäßig und drastisch zu verändern, um sie ihren verschiedenen Modellen anzupassen. Zum Beispiel berechnete Kopernikus zu seiner Zeit die Entfernung der Sonne zur Erde mit 5.457.355 Kilometer. Im nächsten Jahrhundert entschied Kepler, dass sie 19 Millionen Kilometer weg ist. Isaac Newton sagte einmal, es kommt nicht darauf an, ob wir sie 45 oder 87 Millionen Kilometer entfernt berechnen, weil eins so gut ist wie das andere. Wie wissenschaftlich. Benjamin Martin berechnete zwischen 130 und 131 Millionen Kilometer, Thomas Dilworth behauptete 150 Millionen Kilometer, John Hint erklärte eindeutige 153 Millionen Kilometer, Benjamin Gold sagte mehr als 155 Millionen Kilometer und Christian Meier dachte, dass es mehr als 167 Millionen Kilometer sind. Im Gegensatz haben Planateristen die ganze Geschichte hindurch Sextanten und plane Trigonometrie verwendet, um ihre Berechnungen anzustellen und stellten stets fest, dass Sonne und Mond nur rund 51 Kilometer Durchmesser haben und einige tausend Kilometer von der Erde entfernt sind. 124. Bildmaterial von Amateurballons über den Wolken haben atemberaubende sichtbare Beweise erbracht, dass die Sonne nicht Millionen Kilometer weg sein kann. Bei mehreren Aufnahmen kann man deutlich einen Brennpunkt sehen, der von den Wolken direkt unterhalb der bühnenlichtartigen Wirkung der Sonne reflektiert wird. Wenn die Sonne wirklich Millionen Kilometer entfernt wäre, könnte es solch einen kleinen örtlichen Brennpunkt nicht geben. 125. Ein weiterer Beweis dafür, dass die Sonne nicht Millionen Kilometer entfernt ist, liefert das Zurückverfolgen der Sonnenstrahlen zu ihrer Quelle über den Wolken. Es gibt tausende Fotos, die zeigen, wie das Sonnenlicht in einer Vielzahl von zusammenlaufenden Winkeln durch die Wolkendecke scheint. Der Ort des Zusammenlaufens ist selbstverständlich die Sonne und er ist deutlich nicht Millionen von Kilometern entfernt, sondern eher ziemlich nah an der Erde, gleich über den Wolken. 126. Die jährliche Wanderung der Sonne von Wendekreis zu Wendekreis, Sonnenwende zu Sonnenwende ist das, was die Länge und die Eigenschaft von Tagen, Nächten und Jahreszeiten bestimmt. Dies ist der Grund dafür, warum Regionen am Äquator fast das ganze Jahr über Sommer und Hitze erfahren, während höhere Breiten im Norden und besonders im Süden ausgeprägte Jahreszeiten mit strengen Wintern erfahren. Das helozentrische Modell behauptet, dass der Wechsel der Jahreszeiten auf der angeblichen axialen Neigung und elliptischen Umlaufbahn der Erdkugel um die Sonne basieren. Ihr fehlerhaftes Modell setzt uns jedoch im Januar am nächsten zur Sonne, mit 147 Millionen Kilometer, wenn es tatsächlich Winter ist und im Juli am weitesten von der Sonne weg, 152 Millionen Kilometer, wenn es tatsächlich fast überall auf der Erde Sommer ist. 127. Die Tatsache, dass Reflektionen von Sonne und Mond auf dem Wasser stets den Pfad einer geraden Linie vom Horizont bis zum Betrachter bilden, beweist, dass die Erde keine Kugel ist. Wenn die Erdoberfläche gekrümmt wäre, dann wäre es für das reflektierende Licht unmöglich, sich über die Kugel vom Horizont zum Betrachter zu krümmen. 128. Es gibt weltweit riesige Jahrhunderte alte Sonnen- und Monduhren, welche noch auf die Minute genau die Zeit anzeigen, wie am Tage, als man sie herstellte. Wenn Erde, Sonne und Mond wirklich der Menge an unvereinbarenden, drehenden, rasenden, wackelnden Bewegungen ausgesetzt wären, wie von der modernen Astronomie behauptet, wäre es für diese Baudenkmäler unmöglich, so präzise die Zeit ohne ständige Justierung anzuzeigen. 129. William Carpenter zitierend. Warum, um Himmels Willen, sollten Astronomen ihre Teleskope auf massiven Steinsockeln errichten, sodass sie sich nicht um eine Haaresbreite bewegen, wenn sich doch die Erde, auf deren Oberfläche sie diese befestigen, 30 Kilometer in der Sekunde bewegt? Wahrlich, sich vorzustellen, wie eine Masse von 6000 Billionen Tonnen, für immer mit einer Geschwindigkeit verglichen mit welcher der Schuss aus einer Kanone eine Spazierfahrt ist, durchs Weltall rollt, prischt, fliegt und schleudert, mit der unfehlbaren Genauigkeit, dass ein auf Granitsockeln fußendes Teleskop in einem Observatorium es einem adleräugigen Astronomen nicht gestattet, auch nur ein Tauselstel einer Haaresbreite an Abweichung in ihrer Bewegung zu entdecken, ist wie wenn einem ein Wunder geschieht, ein Wunder, das all die vorher verzeichneten Wunder zusammengenommen völlig bedeutungslos erscheinen lässt. Da wir, in gemäßigten nördlichen Breiten, den Nordstern aus einem ihm zugewandten Fenster sehen können und aus derselben Ecke durch dieselbe Glasscheibe in demselben Fenster das ganze Jahr über, ist dies für jeden Menschen im Besitz seiner Sinne Beweis genug, dass wir überhaupt keine Bewegung vollzogen haben und dass die Erde keine Kugel ist. 130 von Die Erde ist keine Kugel von Dr. Samuel Robotham. Man nehme zwei sorgfältig gebohrte Metallrohre, die nicht kürzer als 1,80 Meter sein sollten, und stelle sie einen Meter auseinander an die gegenüberliegenden Seiten eines Gestells oder Klotzes aus Holz oder Stein. Nun passe man ihre Mitte oder ihre Enden so an, dass sie perfekt parallel zueinander stehen. Man richte sie zu einem deutlich sichtbaren Stern aus, einige Sekunden vor dem Erscheinen auf der Himmelsbahn. Lasst einen Beobachter in jedes Rohr schauen, und in dem Moment, in dem der Stern im ersten Rohr erscheint, soll der Beobachter sich durch ein lautes Klopfen oder ein anderes Signal bemerkbar machen, dass der Beobachter am zweiten Rohr beim Anblick des Sterns wiederholt. Eine unterschiedliche Zeit wird zwischen den beiden Signalen verstreichen. Die Signale werden in einer raschen Abfolge geschehen, jedoch ist die Zwischenzeit ausreichend, um zu zeigen, dass derselbe Stern nicht zur gleichen Zeit durch zwei Rohre zu sehen ist, die einem Meter voneinander entfernt sind. Eine leichte Neigung des zweiten Rohres zum ersten Rohr wäre erforderlich, um den Stern durch beide Rohre gleichzeitig sehen zu können. Man lasse die Rohre in ihre Position für ein halbes Jahr unangetastet. Nach Ablauf dieser Frist wird das Experiment oder die Beobachtung dasselbe Ergebnis erzeugen. Der Stern wird zur selben Zeit auf seiner Himmelsbahn sein, ohne dass die kleinste Veränderung der Position der Rohre dafür erforderlich gewesen wäre. Daraus lässt sich schließen, dass wenn die Erde sich auch nur einen Meter in einer Umlaufbahn durch das Weltall bewegt hätte, zumindest eine kleine Neigung des Rohres erforderlich gewesen wäre. Da aber keine Veränderung der Position des Rohres erforderlich ist, ist der Schluss unvermeidlich, dass sich in sechs Monaten ein angegebener Streckenabschnitt der Erde keinen Meter bewegt und daher die Erde keinerlei Bewegung einer Umlaufbahn aufweist. 131. Die NASA und die moderne Astronomie behaupten, dass der Mond eine feste, kugelförmige, erdähnliche Habitation ist, zu der man wirklich geflogen ist und die man betreten hat. Sie behaupten, der Mond sei ein nicht leuchtender Kleinplanet, welcher sein ganzes Licht von der Sonne erhält und reflektiert. Die Wahrheit ist jedoch, dass der Mond kein fester Körper ist. Er ist deutlich kreisförmig, aber nicht kugelförmig und nicht in irgendeiner Weise ein erdähnlicher Kleinplanet den Menschen betreten könnten. Der Mond ist tatsächlich zu einem großen Teil durchsichtig und gänzlich lichtausstrahlend, mit seinem eigenen einzigartigen Licht scheinend. 132. Das Sonnenlicht ist gelblich, warm, trocknend, erhaltend und keimtötend, während das Mondlicht grau, kühl, feuchtend, verderbend und faulend ist. Die Sonnenstrahlen verlangsamen die Verbrennung eines Lagerfeuers, während die Mondstrahlung die Verbrennung beschleunigen. Wenn sie dem Sonnenlicht ausgesetzt sind, dann trocknen, schrumpfen und gerinnen pflanzliche und tierische Stoffe schnell. Sie verlieren ihre Neigung zu verderben und zu verwesen. Trauben und andere Früchte werden fest, teilweise zuckersüß und haltbar, wie Rosinen, Datteln und Pflaumen. Tierisches Fleisch gerinnt, verliert seine flüchtigen gasförmigen Bestandteile, wird zäh, trocken und verfällt langsam. Setzt man pflanzliche und tierische Stoffe jedoch dem Mondlicht aus, dann neigen sie zu Anzeichen von Verderben und Verfall. Dies zeigt, dass Sonnen- und Mondlicht verschieden, einzigartig und Gegensätze sind, wie es im geozentrischen flachen Modell der Erde ist. 133. In direktem Sonnenlicht wird das Quecksilber im Thermometer höher steigen als bei einem anderen, welches man in den Schatten stellt, aber im vollen direkten Mondlicht wird das Quecksilber eines solchen mehr sinken als bei einem, das man in den Schatten stellt. Wenn das Sonnenlicht auf einer großen Linse gebündelt wird und auf einen Brennpunkt geworfen wird, kann es eine beträchtliche Hitze entwickeln, während ein ähnliches gebündeltes Mondlicht keine Hitze entwickelt. Im Lancet-Journal vom 14.03.1856 werden Fälle von einigen Experimenten geschildert, bei denen bewiesen wurde, dass gebündelte Mondstrahlen tatsächlich die Temperatur auf einem Thermometer um über 8 Grad senken können. Also haben Sonnenlicht und Mondlicht jeweils verschiedene Eigenschaften. 134. Zudem kann der Mond selber nicht als Körper eine Kugel sein und zugleich ein Reflektor des Sonnenlichtes. Reflektoren müssten für Lichtstrahlen flach oder eingebuchtet sein, um irgendeinen Winkel des Lichteinfalls zu haben. Wenn die Oberfläche eines Reflektors ausgebuchtet ist, dann prallt jeder Lichtstrahl in einer direkten Linie mit dem Radius senkrecht zur Oberfläche ab und erzeugt so keine Reflektion. 135. Nicht nur ist der Mond deutlich lichtausstrahlend und hat seinen eigenen einzigartigen Lichtschein, er ist zusätzlich größtenteils durchsichtig. Während des zunehmenden oder des abnehmenden Mondzyklus ist es tagsüber möglich, den blauen Himmel direkt durch den Mond zu sehen. Und in einer klaren Nacht während des zunehmenden oder abnehmenden Zyklus ist es gelegentlich möglich, Sterne und Planeten direkt durch die Oberfläche des Mondes zu sehen. Die königliche astronomische Gesellschaft in Großbritannien hat in ihrer Geschichte viele solcher Ereignisse aufgezeichnet, welche alle das heliozentrische Modell widerlegen. 136. Viele Leute denken, dass die Fähigkeit der modernen Astronomie, Mond- und Sonnenfinsternis genau vorherzusagen, ein Ergebnis und ein Beweis für die heliozentrische Theorie des Universums ist. Tatsache ist jedoch, dass Verdunkelungen seit Jahrtausenden von Jahren von Kulturen weltweit genau vorhergesagt werden konnten, bevor der heliozentrische Erdball auch nur ein Funke in Kopernikus Fantasie war. Ptolemaeus hat im 1. Jahrhundert nach Christus Verdunkelungen für 600 Jahre auf der Grundlage einer flachen, starren Erde mit der gleichen Präzision vorhergesagt wie die heute Gelebenden. Im 6. Jahrhundert vor Christus sah Thales eine Finsternis genau vorher, die den Krieg zwischen den Medern und den Lüdern beendete. Eklipsen passieren alle 18 Jahre in Zyklen, unabhängig von geozentrischen oder heliozentrischen, flachen oder kugelförmigen Kosmologien der Erde. Eklipsen können unabhängig von solchen Faktoren genau vorhergesagt werden. 137. Heliozentriker behaupten, als weitere Annahme und angeblicher Beweis für die Gestalt der Erde, dass Mond-Eklipsen durch den Schatten des Erdballs verursacht werden, der den Mond verdeckt. Sie behaupten, dass Sonne-, Erd- und Mondkugeln sich wie drei Billardkugeln in einer Linie befinden, sodass die Erde den Schatten des Sonnenlichtes auf den Mond wirft. Für Heliozentriker stellt sich diese Erklärung leider als vollkommen ungültig wegen der Tatsache heraus, dass Mondverdunklungen regelmäßig passiert sind und noch passieren, während Sonne und Mond noch zusammen oberhalb des Horizonts sichtbar sind. Um die Erde den Schatten des Sonnenlichtes auf den Mond werfen zu lassen, müssten sich die drei Körper in einer geraden 180-Grad-Syzygie befinden, aber seit solch frühen Zeiten wie jenen von Plinius dem Älteren gibt es Aufzeichnungen von Mondverdunklungen, während denen Sonne und Mond beide am Himmel sichtbar waren. Daher kann der Verdunkler des Mondes nicht die Erde oder der Schatten der Erde sein und irgendeine andere Erklärung muss gesucht werden. 138. Ein anderer Lieblingsbeweis der Globalisten ist die scheinbare Verdunkelung von Schiffsrümpfen durch das Wasser und das scheinbare Verschwinden von ihnen außer Sicht, wenn sie vom Betrachter aus in Richtung Horizont davon segeln. Ihre Behauptung ist, dass Schiffsrümpfe vor ihren Mastspitzen verschwinden, weil das Schiff beginnt, sich auf der ausgebuchteten Krümmung des Erdballs zu neigen. Schon wieder ist ihr voreiliger Schluss jedoch von einer falschen Voraussetzung abgeleitet worden, nämlich der, dass nur auf einem Erdball dieses Schauspiel geschehen kann. Tatsache ist, dass das Gesetz der Perspektive genau dasselbe Ergebnis vorschreibt und bringt. Zum Beispiel wird ein Mädchen, das ein Kleid trägt und in Richtung des Horizonts geht, erscheinen, als ob es in den Boden sinkt, je weiter sie sich entfernt. Ihre Füße werden zuerst aus der Sicht verschwinden und der Abstand zwischen dem unteren Ende ihres Kleides und dem Boden wird allmählich kleiner, bis es nach ungefähr 800 Meter so scheint, als ob ihr Kleid den Boden berührt, während sie auf unsichtbaren Beinen geht. Dasselbe passiert bei davonfahrenden Autos, die Achsen sinken allmählich und die Räder verschwinden, bis es so erscheint, dass der Wagen auf seiner Karosserie gleitet. So ist das auf waagerechten Oberflächen. Der niedrigste Teil des sich von einem beliebigen Beobachtungspunkt aus entfernten Objekts verschwindet zwangsläufig vor dem höchsten. 139. Nicht nur das Verschwinden von Schiffsrümpfen ist mit dem Gesetz der Perspektive erklärt. Mit der Hilfe eines guten Teleskop ist es unbestreitbar bewiesen. Wenn man mit bloßem Auge ein dem Horizont entgegen segelndem Schiff nachschaut, bis sein Rumpf unter der angeblichen Krümmung der Erde ganz aus der Sicht verschwindet, dann schaut man durch ein Teleskop und man wird feststellen, dass das ganze Schiff sich schnell in der Sicht vergrößert. Der Rumpf und alles andere vom Schiff davon zeugen, dass das Verschwinden durch das Gesetz der Perspektive verursacht wird und nicht von einer Wand gekrümmten Wassers. 140. Foucaults Pendel werden oft als Beweis einer rotierenden Erdkugel angeführt, aber eine nähere Untersuchung beweist das Gegenteil. Zuerst einmal schwingen Foucaults Pendel nicht einheitlich in irgendeine Richtung. Manchmal drehen sie sich im Uhrzeigersinn und manchmal entgegengesetzt des Uhrzeigersinns, manchmal scheitert eine Drehung und manchmal drehen sie zu viel. Wissenschaftler, die Arten des Experiments wiederholt haben, räumten immer wieder ein, schwierig war es zu vermeiden, dem Pendel am Anfang ein wenig leichte seitliche Neigung zu geben. Beim Verhalten des Pendels kommt es in Wirklichkeit auf erstens die Ausgangskraft beim Schwung an und zweitens auf die verwendeten Gelenklager, welche am bereitwilligsten die kreisende Bewegung über irgendeine andere erleichtern. Die angebliche Drehung der Erde ist vollkommen belanglos zu den Schwingungen des Pendels. Wenn die angebliche gleichbleibende Drehung der Erde Pendel in irgendeiner Weise beeinflusst, dann sollte es keinen Anlass geben, Pendel per Hand in Bewegung zu setzen. Wenn die tatsächliche Drehung der Erde die einheitliche tägliche Drehung von Pendel um 360 Grad verursacht, dann sollte es eigentlich nicht irgendwo auf der Erde ein feststehendes Pendel geben. 141. Oft heißt es vom Coriolis-Effekt, dass er verursacht, dass sich Waschbecken und Kloschüsseln in der nördlichen Hemisphäre beim Abfließen in eine Richtung drehen, während sie sich in der südlichen Hemisphäre in die entgegengesetzte Richtung drehen, was den sich drehenden Erdball beweist. Genau wie sich Foucaults Pendel jedoch nicht in eine Richtung drehen, drehen sich Waschbecken und Kloschüsseln in der nördlichen und südlichen Hemisphäre nicht einheitlich jeweils in irgendeine Richtung. In denselben Haushalten finden sich oft Waschbecken und Kloschüsseln, die sich in entgegengesetzte Richtungen drehen, gänzlich von der Gestalt des Beckens und des Eintrittswinkels des Wassers abhängig, nicht von der angeblichen Rotation der Erde. 142. Die Leute sagen, wenn die Erde flach wäre, sollte man in der Lage sein, ein Teleskop zu benutzen und klar über die Meere zu sehen. Das ist jedoch abwegig, da die Luft besonders über den Meeren voller Niederschlag ist und besonders in der niedrigsten, dichtesten Schicht nicht durchsichtig ist. Stell dir an heißen, feuchten Tagen den verschwommenen Dunst über den Straßen vor. Selbst das beste Teleskop wird den Blick trüben, lange bevor man über ein Meer sehen kann. Du kannst jedoch ein Teleskop benutzen, um viel mehr von unserer flachen Erde zu sehen, als es auf einer Kugel mit einem Umfang von 40.000 Kilometer möglich wäre. 143. Die Leute behaupten, dass wenn die Erde flach wäre, mit der Sonne, die über und um uns kreist, wir in der Lage sein sollten, von jedem Ort der Erde aus die Sonne sehen zu können und es selbst nachts Tageslicht geben sollte. Da die Sonne nicht 150 Millionen Kilometer entfernt ist, sondern nur einige tausend Kilometer und herunterscheint wie ein Bühnenlicht, wird sie jenseits des Horizonts unsichtbar und das Tageslicht schwindet, bis es ganz verschwindet, sobald sie sich weit genug vom Ort des Betrachters entfernt hat. Wäre die Sonne wirklich 150 Millionen Kilometer entfernt und die Erde eine rotierende Kugel, dann wäre der Übergang vom Tageslicht zur Nacht stattdessen fast augenblicklich, wenn die Sonne die Horizontlinie passiert. 144. Bilder, auf denen der Mond kopfüber in der südlichen Hemisphäre und richtig herum in der nördlichen erscheint, werden häufig als Beweis für die Erdkugel angeführt, aber nach näherer Untersuchung liefern sie wieder mal einen weiteren Beweis des Modells der flachen Erde. Tatsächlich zeigt die Zeitraffer-Fotografie, dass der Mond sich selbst wie ein Rad im Uhrzeigersinn über und um die Erde dreht. Man kann Bilder des Mondes in 360 Grad von verschiedenen Neigungen von überall auf der Welt finden, abhängig davon, wann und wo das Foto aufgenommen wurde. 145. Heliozentriker behaupten, dass der Mond eine Kugel ist, obwohl seine Erscheinung deutlich die einer flachen, leuchtenden Scheibe ist. Wir sehen stets nur dieselbe eine Seite des Mondes, wenn auch in verschiedenen Neigungen, und doch wird behauptet, dass es eine andere dunkle Seite des Mondes gäbe, welche verborgen bleibt. Die NASA behauptet, dass sich der Mond so vollkommen gleichmäßig in entgegensetzter Richtung von jener der Erde drehe, dass sich die Bewegungen gegenseitig aufheben und wir so praktischerweise nie in der Lage sind, die angeblich dunkle Seite des Mondes, abgesehen von ihren schlecht gemachten, falschen computeranimierten Bildern, zu beobachten. Tatsache ist jedoch, wenn der Mond eine Kugel wäre, würden Betrachter in der Antarktis eine andere Seite sehen als jene am Äquator. Dies ist aber nicht der Fall. Genau dieselbe flache Seite verdreht in verschiedenen Graden. 146. Das Erdkugelmodell behauptet, dass der Mond die Erde einmal jede 28 Tage umkreist. Es ist aber für jeden deutlich zu sehen, dass der Mond die Erde jeden Tag einmal umkreist. Die Umlaufbahn des Mondes ist ein wenig langsamer als die der Sonne, aber erfolgt derselben Bahn von Wendekreis zu Wendekreis, Sonnenwende zu Sonnenwende, einen vollen Kreis über die Erde in unter 25 Stunden vollführend. 147. Das Erdkugelmodell behauptet, dass die Sonne genau 400 Mal größer als der Mond und 400 Mal so weit entfernt von der Erde ist, was sie irrtümlicherweise genau gleich groß erscheinen lässt. Und wieder fordert das globale Modell von uns, etwas als Zufall hinzunehmen, was nicht anders zu erklären ist als durch eine natürliche Gestaltung. Sonne und Mond nehmen das gleiche Volumen an Raum am Himmel ein und wurden anhand von Sextanten als gleich groß und in gleicher Entfernung zur Erde gemessen. Also widerspricht eine andere Behauptung unseren Augen, Experimenten und gesundem Menschenverstand. 148. Dr. Samuel Robotham. Die Erde ist keine Kugel, Zitierend. Es ist durch Beobachtung festgestellt worden, dass die Sterne jede 24 Stunden vier Minuten früher auf ihre Himmelsbahn kommen als die Sonne, die Sommerzeit als Richtlinie annimmt. Das macht 120 Minuten alle 30 Tage und 24 Stunden im Jahr. Daher sind alle Sternbilder in dieser Zeit vor oder der Sonne voraus vorbeigezogen. Das ist die einfache Wahrheit, so wie in der Natur beobachtet. Die Theorie der Rundheit und der Bewegung der Achsen und in einer Umlaufbahn hat für so etwas keinen Platz. Weil diese Theorie im Weg steht, muss sichtbare Wahrheit ignoriert werden und hindert ihre Verehrer daran, sie zu verstehen. 149. Über tausende von Jahren blieben dieselben Sternbilder fest in ihren jeweiligen Mustern, ohne sich von ihrer angestammten Position zu entfernen. Wenn die Erde eine große Kugel wäre, die sich um eine größere Sonne dreht, um eine größere Galaxis dreht und von einem Urknall weggesprengt worden wäre, wie die NASA behauptet, ist es unmöglich, dass die Sternbilder so feststehend wären. Gemäß ihrem Modell sollten wir tatsächlich jede Nacht einen gänzlich verschiedenen Nachthimmel haben und es sollte sich nie genau dasselbe Sternenmuster wiederholen. 150. Wenn die Erde eine rotierende Kugel wäre, dann wäre es unmöglich, an irgendeinem anderen Ort außer dem Nordpol Spuren der Sterne im Zeitraffer zu fotografieren, wie sie perfekte Kreise um Polaris ziehen. An allen anderen Aussichtspunkten würde man die Sterne dabei sehen, wie sie aufgrund der angeblichen Bewegung von 1600 kmh zu seinen Füßen mehr oder weniger waagerecht am Horizont des Betrachters wandern. In Wirklichkeit jedoch kann man bis zum südlichen Wendekreis hinunter immer die Sterne dabei fotografieren, wie sie vollkommene Kreise um den Zentralstern Polaris ziehen. 151. Wenn die Erde wirklich eine Kugel wäre, die sich um die Sonne dreht, wäre es tatsächlich für Fotos von Sternenspuren unmöglich, selbst am Nordpol perfekte Kreise zu zeigen. Da sich die Erde angeblich auch mit 100.000 kmh um die Sonne bewegt, die Sonne sich mit 800.000 kmh um die Milchstraße und die gesamte Galaxie mit einer Milliarde kmh bewegt, würden diese vier gegensätzlichen Bewegungen bei Zeitraffer-Fotografien von Sternenspuren unregelmäßige gekrümmte Linien erscheinen lassen. 152. Im Jahre 2003 arbeiteten Professoren der Geografie bei einem Experiment zusammen, um zu beweisen, dass der US-Bundesstaat Kansas tatsächlich flacher als ein Pfannkuchen ist. Indem sie topografische geodätische Vermessungen von über 200.000 Quadratkilometer durchführten, wurde festgestellt, dass der gesamte Stadt Kansas einen Flachheitswert von 0,9997 hat, während der durchschnittliche Pfannkuchen, genau mit einem konfokalen Lasermikroskop gemessen, bei 0,957 liegt, was Kansas daher buchstäblich flacher als einen Pfannkuchen macht. 153. Reverend T. Milner, Atlas der physikalischen Geografie, zitierend. Riesige Gebiete zeigen eine vollkommen flache Landschaft, es gibt kaum eine Erhebung von den Karpaten zum Ural über die Strecke von 2.400 km. Südlich der Ostsee ist das Land so flach, dass ein dort herrschender Nordwind das Wasser des Stettiner Huffs in die Mündung der Oder treibt, die dadurch eine Rückströmung von 50 bis 60 Kilometer bekommt. Die Ebenen von Venezuela und Neu-Granada in Südamerika, hauptsächlich links des Orinoco-Stromes, werden Lanos genannt, also ebene Felder. Oft ändert sich in einem Gebiet von 420 Quadratkilometer die Oberfläche keine 30 Zentimeter. Der Amazonas fällt auf den letzten 1.100 Kilometer seines Verlaufs nur 3,5 Meter. Der La Plata hat auf 1,6 Kilometer nur ein Gefälle von 0,7 Millimeter. 154. Die Außenkamera beim Red Bull Sprung von Felix Baumgartner zeigt dasselbe Maß an Erdkrümmung von der Höhe der Erdoberfläche bis zur Sprunghöhe, was beweist, dass es sich nur um ein trügerisches Fischaugen-Weitwinkelobjektiv handelt, während die herkömmliche Innenkamera in 39 Kilometer Höhe auf Augenhöhe einen vollkommen flachen Horizont zeigt, was nur mit einer flachen Erde übereinstimmt. 155. Manche Leute behaupten, dass sie die Erdkrümmung aus den Flugzeugfenstern gesehen haben. Das bei allen Verkehrsflugzeugen verwendete Glas ist jedoch gekrümmt, um mit dem Flugzeugrumpf bündig zu sein. Dies erzeugt eine optische Wirkung, welche, gepaart mit der Voreingenommenheit, die Leute fälschlicherweise annehmen lässt, die angebliche Krümmung der Erde zu sehen. In Wirklichkeit jedoch ist die Tatsache, dass man den Horizont auf Augenhöhe in 11 Kilometer Flughöhe aus den Fenstern zu beiden Seiten des Flugzeugs gleichzeitig sehen kann, ein Beweis dafür, dass die Erde flach ist. Wenn die Erde eine Kugel wäre, egal wie groß, würde der Horizont genau an der Stelle bleiben, an welcher er ist, und man müsste weiter und weiter hinunterschauen, um überhaupt den Horizont zu sehen. Wenn man gerade aus dem Fenster in 11 Kilometer Höhe schaut, sollte man aus den Fenstern auf beiden Seiten des Flugzeugrumpfs nichts als das Weltall sehen, da die Erde, der Horizont, unter einem sein sollte. Wenn sie auf Augenhöhe aus den Fenstern beider Seiten sichtbar sind, ist es, weil die Erde flach ist. 156. Die Leute behaupten auch, dass sie die Krümmung auf Bildern von Camcordern und anderen Höhenkameras sehen. Während es wahr ist, dass der Horizont auf diesen Bildern oft ausgebuchtet erscheint, so erscheint er doch ebenso oft auch eingebuchtet oder flach, abhängig von der Neigung und der Bewegung der Kamera. Die Wirkung ist einfach eine Verzerrung aufgrund der Weitwinkellinsen. Sind die Linsen herkömmlich und ohne Weitwinkeltechnik, erscheinen alle Amateuraufnahmen von Horizonten aus der Höhe vollkommen flach. 157. Wenn die Gravitation auf magische Weise die Atmosphäre mit der drehenden Erdkugel mitzieht, würde dies bedeuten, dass die Atmosphäre nahe des Äquators sich mit 1600 kmh drehen würde, die Atmosphäre über den mittleren Breiten mit rund 800 kmh und sich allmählich hinunter zu den Polen verlangsamen würde, wo die Atmosphäre mit 0 kmh stillstehen sollte. In Wirklichkeit ist jedoch die Atmosphäre an jedem Punkt der Erde gleich unbeeinträchtigt von dieser angeblichen Kraft, da sie nie gemessen oder berechnet wurde und anhand der Tatsache, dass Flugzeuge unvermindert in alle Richtungen fliegen können, ohne solche atmosphärische Schwankungen zu erfahren, ist bewiesen, dass es eine Gravitation nicht gibt. 158. Wenn die Gravitation auf magische Weise die Atmosphäre mit der drehenden Erdkugel mitzieht, würde dies bedeuten, dass je höher die Höhe, desto schneller müsste sich die mitgezogene Atmosphäre um den Mittelausgangspunkt der Rotation drehen. Wenn dies jedoch wirklich geschehe, würden sich der Regen und das Feuerwerk beim Herunterfallen durch eine fortschreitend langsamer drehende Atmosphäre gänzlich anders verhalten. Heißluftballons würden durch die immer mehr zunehmende atmosphärische Geschwindigkeit auch stetig schneller nach Osten getrieben werden. 159. Wenn es eine fortschreitend schneller drehende Atmosphäre geben würde, je höher man geht, würde dies bedeuten, dass sie an irgendeinem bestimmten Punkt enden würde, bei dem die schnellste Schicht der gravitativen, drehenden Atmosphäre auf die angebliche nicht-gravitative, nicht-drehende Nicht-Atmosphäre des endlosen Vakuums des Weltalls treffen würde. Die NASA erwähnte nie, in welcher Höhe dieses Kunststück angeblich geschieht, aber es ist leicht philosophisch mit der einfachen Tatsache zu widerlegen, dass es ein Vakuum nicht angebunden an ein Nicht-Vakuum geben kann, ohne dass es seine Eigenschaften verliert, mal abgesehen davon, dass die Auswirkungen von solch einem Übergang auf eine Rakete oder Raumschiff katastrophal wären. 160. Es ist unmöglich, dass Raketen oder jede Art von Düsentriebwerken in der angeblichen Nicht-Atmosphäre des Vakuums funktionieren, weil es ohne Luft, ohne Atmosphäre nichts gibt, wogegen das Fahrzeug vorwärts drückt. Stattdessen würden sich die Raketen und Gleiter unkontrolliert in alle Richtungen um ihre eigene Achse drehen, wie ein Kreiselinstrument. Es wäre unmöglich, zum Mond zu fliegen oder in eine beliebige Richtung, besonders wenn es die Gravitation wirklich geben würde und das Fahrzeug ständig zum nächsten dichtesten Körper gezogen werden würde. 161. Wenn die Erde wirklich eine Kugel wäre, dann würde es sowieso keinen Grund dafür geben, Raketen zu verwenden, um in den Weltraum zu fliegen, weil es genügen sollte und würde, einfach ein Flugzeug in jeder Höhe lange genug gerade zu fliegen, um dich ins Weltall zu schicken. Um ihre Flugzeuge daran zu hindern, Tangenten zur Erdkugel zu fliegen, müssten Piloten ständig ihren Kurs nach unten korrigieren oder ein durchschnittliches Verkehrsflugzeug würde sich bei einer Geschwindigkeit von 800 kmh innerhalb weniger Stunden im Weltraum verlieren. Die Tatsache, dass dies nie passiert, dass künstliche Horizonte in der angestrebten Flughöhe des Piloten waagerecht bleiben und nicht ständige Anpassungen nach unten erfordern, beweist, dass die Erde keine Kugel ist. 162. Alle Raketenstarts der NASA und andere Weltraumagenturen gehen nie gerade nach oben. Jede Rakete bildet eine Parabolkurve, sinkt ab und fällt dann unvermeidlich zurück auf die Erde. Die Raketen, die als erfolgreich gepriesen werden, sind jene wenigen, die nicht schon beim Start explodieren oder zu früh zur Erde fallen, sondern es schaffen außerhalb der Sichtweite des Betrachters in abgesperrten Gebieten aufzuschlagen und geborgen zu werden. Es gibt keine magische Höhenlage, in der Raketen oder irgendetwas anderes einfach immer weiter steigen können und dann plötzlich anfangen, im Weltall frei zu schweben. Dies alles ist Science-Fiction-Fantasie, die durch Drähte, Greenscreen-Technik, verdunkelte riesige Wasserbecken, Dauerwellen bei Astronautinnen und Zero-Gravity-Flugzeugen geschaffen wird. 163. Die NASA und andere Weltraumagenturen wurden immer wieder mit Luftblasen, die sich bilden und nach oben schweben, in ihren offiziellen Weltraumaufnahmen ertappt. Astronauten wurden auch mit Weltraumtauchausrüstung ertappt, wie sie mit den Beinen strampeln, um sich zu bewegen. Und der Astronaut Luca Parmitano ist fast bei einem angeblichen Spacewalk ertrunken, als sich sein Helm mit Wasser füllte. Es wird eingeräumt, dass sich Astronauten in Unterwasser- und Trainingseinrichtungen wie das Neutral-Bui-Juan-Sea-Lab der NASA auf ihre Spacewalks vorbereiten. Aber hinsichtlich ihrer Weltraumblasen und anderer Patzer ist offensichtlich, dass offizielle Spacewalk-Aufnahmen auch falsch sind und unter Wasser gefilmt wurden. 164. Auswertungen von vielen Videos vom Innern der Internationalen Raumstation ISS haben die Verwendung von Kameratricks wie Greenscreen-Technik, Haltegurten und sogar verwegenden Dauerwellen gezeigt, um eine Art Schwerelosigkeit vorzutäuschen. Aufnahmen von Astronauten, die wie scheinbar in der Schwerelosigkeit ihrer Raumstation schweben, sind von Aufnahmen in Zero-G-Flugzeugen der NASA nicht zu unterscheiden. Durch das Vollführen von Steig- und Sinkflügen kann dieser Effekt der Schwerelosigkeit an Bord immer und immer wieder erreicht werden und dann die Aufnahmen für den Beitrag zusammengeschnitten werden. Bei längeren, ungeschnittenen Aufnahmen wurde die NASA bei der Verwendung von einfachen Drähten und Greenscreen-Technik ertappt. 165. Die NASA behauptet, dass man die ISS dabei beobachten kann, wie sie über uns am Himmel vorüberzieht, was ihre Existenz beweist. Jedoch haben Überprüfungen der ISS durch Zoom-Kameras bewiesen, dass es sich um eine Art Hologramm oder Drohne handelt und nicht um eine physische schwebende Raumstation. Wie du in meiner Dokumentation ISS-Hoax sehen kannst, ändert die ISS dramatisch und unmöglich ihre Farbe und Gestalt beim Heran- und Wegzoom, hat den Anschein eines prismatischen Regenbogens, bis sie aussieht wie der Bildschirm an einem alten Fernseher, wenn man ihn an- und ausschaltet. 166. Der geostationäre Kommunikationssatellit wurde zuerst durch den freimaurerischen Science-Fiction-Autor Arthur C. Clarke entworfen und wurde angeblich genau ein Jahrzehnt später zur wissenschaftlichen Tatsache. Zuvor haben sich Radio-, TV- und Navigationssysteme wie Loren und Decker gut bewährt und funktionierten zuverlässig, indem sie stationäre Technik vom Boden aus verwendeten. Heutzutage verbinden riesige Glasfaserkabel das Internet über Meere hinweg, gigantische Mobilfunkmasten triangulieren GPS-Signale und ionosphärische Übertragung gestattetes Funkwellen ohne die Unterstützung des Science-Fiction-Bestsellers mit dem Namen Satellit alles abzudecken. 167. Satelliten schweben angeblich in der Thermosphäre, von der behauptet wird, dass dort mehr als 2500 Grad herrschen. Die Metalle, welche bei den Satelliten verwendet werden, wie Aluminium, Gold und Zitan haben jedoch Schmelzpunkte von 660, 1060 und 1670 Grad jeweils alle weit niedriger, als sie gegebenenfalls aushalten können. 168. Bei sogenannten Satellitentelefonen wurden Empfangsprobleme in Ländern wie Kasachstan, das wenige Handymasten hat, festgestellt. Wenn die Erde eine Kugel mit mehr als 20.000 sie umgebenden Satelliten wäre, sollten solche Empfangsstörungen nicht regelmäßig in ländlichen Gebieten passieren. 169. Sogenannte Satelliten-Empfangsschüsseln sind fast immer in einem 45-Grad-Winkel zur nächsten am Boden stationierten Relaisstation ausgerichtet. Wenn Fernsehantennen wirklich Signale von Satelliten, die mehr als 160 Kilometer im Weltraum sind, aufnehmen würden, sollten die meisten TV-Schüsseln mehr oder weniger senkrecht zum Himmel ausgerichtet sein. Die Tatsache, dass Satellitenschüsseln nie senkrecht und fast immer im 45-Grad-Winkel befestigt sind, beweist, dass sie von einer Station am Boden ihre Signale erhalten und nicht vom Weltraum-Satelliten. 170. Die Leute behaupten sogar, dass sie Satelliten mit ihren bloßen Augen sehen. Aber das ist lächerlich, wenn man in Betracht sieht, dass sie kleiner als ein Bus und angeblich mehr als 160 Kilometer weit entfernt sind. Es ist unmöglich, irgendetwas so Kleines so weit entfernt zu sehen. Sogar mit der Verwendung von Teleskopen behauptet niemand, die Gestalt von Satelliten zu erkennen, sondern schildert eher die Sichtung von vorbeiziehenden Lichtern, welche leicht irgendwelche Dinge von Flugzeugen über Drohnen bis hin zu Sternschnupp oder anderen nicht identifizierten Flugobjekten sein können. 171. Die NASA behauptet, dass es mehr als 20.000 in der oberen Erdatmosphäre schwebende Satelliten gäbe, die uns Radio, TV, GPS senden und Bilder des Planeten machen. All diese angeblichen Satellitenbilder sind jedoch eingestandenermaßen zusammengesetzte Bilder von Photoshop bearbeitet. Sie behaupten, Fetzen von Bildmaterial von Satelliten zu erhalten, welche dann zusammengefügt werden müssen, um zusammengesetzte Bilder der Erde zu erzeugen, von denen alle deutlich computeranimiert sind und keine Fotografien. Wenn die Erde wirklich eine Kugel mit mehr als 20.000 um sie drehende Satelliten wäre, dann wäre es keine große Sache, eine Kamera zu installieren und richtige Fotos aufzunehmen. Die Tatsache, dass es keine richtigen Satellitenfotos der angeblichen Erdkugel gibt, die für Nasas Fetzen von zusammengesetzten computeranimierten Bildmaterial sprechen, ist ein weiterer Beweis dafür, dass uns nicht die Wahrheit erzählt wird. 172. Wenn du dir irgendeine Wolke am Himmel aussuchst und für ein paar Minuten anschaust, werden zwei Dinge geschehen. Die Wolke wird sich bewegen und allmählich ihre Gestalt verändern. Im offiziellen Bildmaterial der NASA, wie beim Galileo-Zeitraffer-Video, werden Wolken jedoch mehr als 24 Stunden am Stück gezeigt und bewegen und verwandeln sich überhaupt nicht. Dies ist gänzlich unmöglich. Ein weiterer Beweis, dass die NASA falsche, computeranimierte Videos herstellt und ein weiterer Beweis, dass die Erde keine rotierende Kugel ist. 173. Die NASA hat einige angebliche Fotos der Erdkugel, welche mehrere genau kopierte Wolkenstrukturen aufweisen. Die Wahrscheinlichkeit, auf einem Foto zwei oder drei identische Wolkenbilder zu haben, ist so wahrscheinlich, wie zwei oder drei Menschen mit genau demselben Fingerabdrücken zu finden. Tatsächlich ist es ein Beweis dafür, dass die Wolken anhand eines Computerprogramms kopiert und eingefügt wurden und solche Bilder, die eine kugelförmige Erde zeigen, falsch sind. 174. Grafiker bei der NASA haben Sachen wie Gesichter, Drachen und sogar das Wort Sex in Muster von Wolken ihre zahlreichen Bilder der Erdkugel eingefügt. Ihre im Jahr 2015 veröffentlichten Bilder des Pluto haben sogar deutlich den Zeichentrickhund Pluto aus Disney-Produktionen als Gestalt im Hintergrund. Die hypnotisierten Massen nehmen einen solchen Schwindel nicht wahr, aber er liefert einen weiteren Beweis für die Gesetzeswidrigkeit der US-Behörde NASA und ihr Mythos der rotierenden Erdkugel. 175. Professionelle Fotoanalytiker haben einige Bilder der NASA von der Erdkugel geprüft und den unwiderlegbaren Beweis der Computerbearbeitung festgestellt. Beispielsweise ist bewiesen, dass angeblich vom Mond aufgenommene Bilder der Erde kopiert und eingefügt wurden, wie durch die Feststellung von rechteckigen Schablonen im Hintergrund um die Erde herum bewiesen wurde, in dem die Helligkeit und die Kontrastwerte angepasst wurden. Wenn sie wirklich auf dem Mond waren und die Erde wirklich eine Kugel wäre, dann würde es keinen Bedarf geben, solche Bilder zu fälschen. 176. Wenn man die Bilder der NASA von der Erdkugel miteinander vergleicht, dann ist die Farbgebung von Land und Meeren und die relative Größe der Kontinente so durchweg voneinander verschieden, dass es keinen vernünftigen Grund geben kann, daran zu zweifeln, dass die Bilder alle falsch sind. 177. In der Dokumentation A Funny Thing Happened on the Way to the Moon, eine komische Sache passierte auf dem Weg zum Mond, kann man offizielle geleakte NASA-Aufnahmen sehen, bei denen die jungen Apollo 11, Astronauten Buzz Aldrin, Neil Armstrong und Michael Collins fast eine Stunde dabei gezeigt werden, wie sie Folien und Kameratricks verwenden, um Fotos einer runden Erde zu fälschen. Sie kommunizieren über Sprechfunk mit der Zentrale in Houston, wie sie nun genau das Foto arrangieren, und jemand gab ihnen Empfehlung, wie die Kamera am effektivsten zu handhaben ist, um den erwünschten Effekt zu erhalten. Zuerst schwärzten sie alle Fenster außer einem runden nach unten zeigenden, auf welches sie die Kamera von ein, zwei Metern Entfernung richteten. Dies erzeugt die Illusion einer von der Schwärze des Weltalls umgebenden, kugelförmigen Erde, während es tatsächlich einfach ein rundes Fenster in ihrer dunklen Kabine war. Neil Armstrong behauptete an diesem Punkt, dass er 200.000 Kilometer von der Erde entfernt war, auf halbem Wege zum Mond. Aber als die Kameratricks beendet waren, konnte der Zuschauer selber sehen, dass die Astro-Darsteller nicht mehr als 150 Kilometer über der Erdoberfläche waren, wahrscheinlich an Bord eines Höhenaufklärungsflugzeuges. 178. Die Leute behaupten, Google Earth beweise irgendwie das Modell der Erdkugel, ohne wahrzunehmen, dass Google Earth einfach ein zusammengefügtes Programm von Bildern ist, die von Höhenflugzeugen und Google Street View-Fahrzeugen aufgenommen wurden und dann über ein computeranimiertes Modell der Erdkugel gelegt werden. Dasselbe könnte genauso gut über ein rechteckiges oder irgendein anders gestaltigtes Modell der Erde gelegt werden und kann daher nicht als Beweis für die Kugelförmigkeit der Erde dienen. 179. Wenn die Erde sich ständig mit 1600 kmh in Richtung Osten drehen würde, dann sollten die Dauer von Flugzeiten ostwärts-westwärts beträchtlich verschieden sein. Wenn das durchschnittliche Linienflugzeug mit 800 kmh unterwegs ist, folgt daraus, dass äquatoriale Flüge gen Westen ihr Ziel in ungefähr dreifacher Geschwindigkeit erreichten sollten als ihre Rückflüge ostwärts. In Wirklichkeit jedoch gibt es in der Dauer der ostwestwärtigen Flüge nur einen Unterschied von Minuten. 180. Das Modell der rotierenden Erdkugel schreibt vor, dass sich die Erde und die Atmosphäre zusammen mit ungefähr 800 kmh in mittleren Breiten drehen würden, in denen ein Flug von Los Angeles nach New York stattfindet. Die durchschnittlich mit 800 kmh fliegende Linienmaschine braucht für die Strecke nach Osten mit der angeblichen Rotation der Erde 5,5 Stunden. Also sollte der Rückflug nach Westen entgegen der angeblichen Erdrotation nur 2,75 Stunden dauern. Aber tatsächlich stellen wir fest, dass der durchschnittliche Flug von New York nach L.A. 6 Stunden dauert. Eine Flugdauer, welche gänzlich dem Modell der rotierenden Erdkugel widerspricht. 181. Flüge Richtung Osten mit der angeblichen Drehung der Erdkugel von Tokio nach Los Angeles dauern durchschnittlich 10,5 Stunden. Daher sollten die Rückflüge Richtung Westen gegen die angebliche Drehung durchschnittlich 5,25 Stunden dauern, aber tatsächlich dauern sie durchschnittlich 11,5 Stunden. Eine weitere Zeit, die gänzlich dem Modell der rotierenden Erdkugel widerspricht. 182. Flüge Richtung Osten mit der angeblichen Drehung der Erdkugel von New York nach London dauern durchschnittlich 7 Stunden. Daher sollten die Rückflüge Richtung Westen gegen die angebliche Drehung durchschnittlich 3,5 Stunden dauern, aber tatsächlich dauern sie durchschnittlich 7,5 Stunden. Eine Zeit, die gänzlich dem Modell der rotierenden Erdkugel widerspricht. 183. Flüge Richtung Osten mit der angeblichen Drehung der Erdkugel von Chicago nach Boston dauern durchschnittlich 2,25 Stunden. Daher sollten die Rückflüge Richtung Westen entgegen der angeblichen Drehung durchschnittlich nur knapp über eine Stunde dauern, aber tatsächlich dauern sie durchschnittlich 2,75 Stunden. Wieder einmal widerspricht die Flugzeuge gänzlich dem Modell der rotierenden Erdkugel. 184. Flüge Richtung Osten mit der angeblichen Drehung der Erdkugel von Paris nach Rom dauern durchschnittlich 2 Stunden, daher sollten die Rückflüge Richtung Westen entgegen der angeblichen Drehung durchschnittlich 1 Stunde dauern, aber tatsächlich dauern sie durchschnittlich 2 Stunden 10 Minuten. Eine Zeit, die gänzlich dem Modell der rotierenden Erdkugel widerspricht. 185. Uns wird erzählt, dass sich die Erde und die Atmosphäre gemeinsam mit einer solch vollkommen einheitlichen Geschwindigkeit dreht, dass niemand in der Geschichte je die angebliche Bewegung von 1600 kmh gesehen, gehört, gefühlt oder gemessen hat. Dies wird dann häufig mit der Fahrt in einem Auto mit einheitlicher Geschwindigkeit verglichen, bei der wir nur die Bewegung während der Be- und Entschleunigung wahrnehmen. In Wirklichkeit können wir doch selbst in einem Luxusauto auf Flüsterasphalt mit bloßen 80 kmh mit geschlossenen Augen und Fenstern oben die Bewegung absolut fühlen. Das 20-fache dieser Geschwindigkeit, die angebliche Drehung der Erde von 1600 kmh, würde sicherlich von jedem bemerkt, gefühlt, gesehen und gehört werden. 186. Menschen, die empfindlich für die Reisekrankheit sind, fühlen selbst bei der sanften Bewegung einer Aufzug- oder Zugfahrt ein gewisses Unbehagen und eine körperliche Unannehmlichkeit. Dies bedeutet, dass sich die angebliche einheitliche Drehung der Erde in keinster Weise auf solche Menschen auswirkt. Aber fügt man die zusätzliche einheitliche Geschwindigkeit eines Autos mit 80 kmh hinzu, dreht sich ihnen der Magen um. Die Vorstellung, dass sich bei 1600 kmh die Symptome der Reisekrankheit nirgends bei irgendjemand zeigen, aber plötzlich bei 1680 kmh ausbrechen, ist lächerlich und beweist, dass die Erde, in welcher Art auch immer, sich nicht bewegt. 187. Das zweite Gesetz der Thermodynamik, auch bekannt als das Gesetz der Entropie, nebst den grundsätzlichen Prinzipien von Brechung und Widerstand, schließen aus, dass die Erde eine sich einheitlich drehende Kugel ist. Über die Zeit würde die rotierende Erdkugel einen messbaren Widerstand erfahren, welcher die Drehung ständig verlangsamt und die Anzahl der Tagesstunden verlängert. Da in der ganzen aufgezeichneten Geschichte nicht die kleinste Abweichung dieser Art je beobachtet wurde, ist es abwegig anzunehmen, dass sich die Erde je einen Zentimeter bewegt hat. 188. Über die Jahre hat die NASA zweimal ihre Geschichte hinsichtlich der Gestalt der Erde geändert. Zuerst behaupteten sie, dass die Erde eine vollkommene Kugel wäre, was später zu einer Art an den Polen abgeflachten Ellipse geändert wurde und dann wieder zu einer birnenförmigen Gestalt geändert wurde, da sich die südliche Hemisphäre angeblich ausbeulen würde. Dumm für die NASA jedoch, dass keines ihrer offiziellen Bilder eine abgeflachte Ellipse oder eine birnenförmige Erde zeigen. Entgegen ihrer Worte zeigen all ihre Bilder eine kugelförmige und deutlich computeranimierte falsche Erde. 189. Bibel, Koran, Bhagavata Purana und viele weitere heilige Bücher beschreiben und besagen die Existenz einer geozentrischen, feststehenden, flachen Erde. Und in Psalm 93, 1 steht, die Erde ist fest begründet, sie stürzt nicht zusammen. Die Bibel bestätigt wiederholt, dass die Erde als eine Fläche ausgebreitet ist, mit den ausgebreiteten Himmeln überall über und nicht um sie, was einen Beweis der Überlieferung darstellt, dass die Erde keine rotierende Kugel ist. 190. In der ganzen Geschichte hindurch haben Kulturen in aller Welt die Existenz einer geozentrischen, feststehenden Erde beschrieben und behauptet. Ägypter, Inder, Mayas, Chinesen, Ureinwohner Nordamerikas und buchstäblich jede altertümliche Zivilisation auf der Welt hatte eine geozentrische, planetaristische Kosmologie. Vor Pythagoras gab es die Vorstellung einer rotierenden Erdkugel nicht und selbst nach Pythagoras blieb sie die Vorstellung einer fragwürdigen Minderheit, bis 2000 Jahre später Copernicus die heliozentrische Theorie wiederbelebte. 191. Von Pythagoras zu Copernicus, Galileo und Newton, zu Astronauten wie Aldrin Armstrong und Collins, zum Direktor der NASA und Grand Commander des 33. Grades, C. Fred Kleinknecht, waren die Gründungsväter des Mythos der rotierenden Erdkugel alle Freimaurer. Die Tatsache, dass so viele Mitglieder dieser größten und ältesten existierenden Geheimgesellschaft Mitverschwörer bei dieser planetaren Revolution sind, ist jenseits der Möglichkeit eines Zufalls und liefert den Beweis der organisierten Absprache bei der Schaffung und Aufrechterhaltung dieser viele Generationen überspannenden Täuschung. 192. Terra Firma von David Wardlaw Scott zitierend. Das von modernen Astronomen gelehrte Modell des Universums ist gänzlich auf Theorie aufbauend. Für die Wahrheit von jenem sie nicht einen echten Beweis vorbringen können, verschanzen sie sich hinter einer Verschwörung des Schweigens und lehnen es ab, irgendwelche Einwände gegen ihre Theorie zu beantworten. Copernicus, der die Theorie des heidnischen Philosophen Pythagoras wiederbelebt hat und sein großer Verkünder Isaac Newton gestanden selbst ein, dass ihr System der sich drehenden Erde nur eine Möglichkeit war und nicht durch Fakten bewiesen werden konnte. Es sind nur ihre Nachfolger, die es mit dem Namen einer genauen Wissenschaft geschmückt haben. Für wahr, laut ihnen die genaueste aller Wissenschaften. Jedoch sagte ein Hofastronom der englischen Krone einst über die Bewegung des ganzen Sonnensystems, die Angelegenheit ist dem köstlichen Zustand der Ungewissheit überlassen und ich sollte sehr glücklich sein, wenn mir jemand aus der Patsche hilft. Was für eine traurige Lage, in der die genaue Wissenschaft da ist. 193. Kein Kind oder nicht manipulierter Mensch, der seine Sinne beisammen hat, würde je darauf schließen oder gar seiner Sinne nach begreifen, basierend auf seinen eigenen persönlichen Erfahrungen, dass die Erde eine in einer Umlaufbahn um die Sonne herum befindliche rotierende Kugel wäre. Solch fantasievolle, nirgends in irgendjemand vorhandene alltägliche Erfahrung erforderte und erfordert eine massive und andauernde Propaganda, um die Illusion aufrecht zu erhalten. 194 von David Wardlaw Scott Ich erinnere mich, als mir als Junge erzählt wurde, dass die Erde eine große Kugel sei, die sich mit sehr hoher Geschwindigkeit um die Sonne dreht, ich meinem Lehrer gegenüber die Besorgnis ausdrückte, dass die Meere auf uns einstürzen. Mir wurde gesagt, dass Newtons großartige Gesetze der Gravitation, die alles schön am rechten Platz lassen, dies verhindern würde. Ich vermute, auf meinem Antlitz müssen ein paar Anzeichen des Unglaubens erschienen sein, denn mein Lehrer fügte rasch hinzu, dass er mir auf der Stelle einen Beweis liefern könne. Ein Mann kann um seinen Kopf einen mit Wasser gefüllten Eimer kreisen lassen, ohne dass etwas vom Inhalt vergossen würde, und genauso können die Meere um die Sonne getragen werden, ohne auch nur einen Tropfen zu verlieren. Da dieses Beispiel dazu dienen sollte, ein für allemal die Sache klarzustellen, sagte ich dazu nichts mehr weiter. Wäre mir jene Begegenheit als Mann passiert, hätte ich ungefähr das folgende geantwortet. Mein Herr, ich erlaube mir zu sagen, dass Ihr Beispiel eines Mannes, der um seinen Kopf einen Eimer mit Wasser kreisen lässt und die Meere, die sich um die Sonne drehen, nicht ansatzweise ihre Behauptung bestätigen, weil das Wasser in beiden Fällen unter ganz anderen Umständen vorkommt. Aber wenn ein Vergleich etwas aussagen soll, dann muss es in beiden Fällen gleich sein, was es nun wirklich nicht ist. Der Eimer ist ein hohler Behälter, der das Wasser einschließt, während gemäß ihres Unterrichts die Erde eine Kugel mit einer umfassenden äußerlichen Krümmung ist, welche im Hinblick auf die Naturgesetze kein Wasser enthalten kann. 195. Astronomen sagen, es ist der magische Magnetismus der Gravitation, der all die Meere der Welt an der Erdkugel haften lässt. Sie behaupten, da die Erde so massiv ist, schaffe sie durch die Wirkung dieser Masse eine magische Kraft, die in der Lage ist, Menschen, Meere und Atmosphäre eng an die Unterseite der drehenden Kugel zu klammern. Leider jedoch können sie kein praktisches Beispiel in einer Größenordnung kleiner als der planetaren liefern. Ein drehender, nasser Tennisball beispielsweise hat den genau gegenteiligen Effekt der angeblichen Erdkugel. Überingegossenes Wasser fällt einfach an der Seite herunter und gibt man ihm eine Drehung, dann fliegt das Wasser 360 Grad in alle Richtungen, wie sich ein Hund nach einem Bart schüttelt. Astronomen lenken ein, dass jenes Beispiel des nassen Tennisballs das gegensätzliche Ergebnis ihrer angeblichen Erdkugel zeigt, aber behaupten, dass ab einer unbekannten Masse die klebenden Eigenschaften der Gravitation plötzlich einsetzen, was es dem nassen Tennisball ermöglicht, jeden Tropfen gravitiertem Wasser an der Oberfläche zu halten. Wenn solch eine unbewiesene Theorie allen Experimenten, Erfahrung und gesunden Menschenverstand widerspricht, ist es Zeit, die Theorie zu verwerfen. 196, Marshall Hall zitierend. Kurzum, Sonne, Mond und Sterne tun genau das, was jeder in der Geschichte sie hat tun sehen. Wir glauben nicht, was unsere Augen erzählen, weil uns ein falsches Weltbild gelehrt wird, welches verlangt, dass wir glauben, was nie durch einen Versuch oder eine Beobachtung bestätigt wurde. Dieses falsche Weltbild behauptet, dass die Erde sich an einer Achse jede 24 Stunden mit einer Geschwindigkeit von 1600 kmh am Äquator dreht. Niemand hat je eine solche Bewegung gesehen oder gefühlt. Auch nicht jene von 100.000 kmh angebliche Umlaufbahn der Erde um die Sonne oder ihre angebliche 805.000 kmh um eine Galaxie oder ihr Abprall von einem angeblichen Urknall mit einer Milliarde kmh. Zur Erinnerung, kein Experiment zeigte je eine sich bewegende Erde. Dazu kommt noch, dass die uns als wissenschaftliche Tatsache beigebrachte angebliche Drehgeschwindigkeit jeden Zentimeter oder Meter vom Äquator nord- oder südwärts verzerrt. Und es wird ganz offensichtlich, dass genaue Flächenbombardierungen im Zweiten Weltkrieg durch ein mit Höchstgeschwindigkeit fliegendes Flugzeug in beliebiger Richtung aus 8 Kilometer in einen Schornstein unmöglich gewesen wären, wenn man sich bei der Berechnung an einer sich mit einigen hundert kmh bewegenden Erde dort unten orientiert hätte, deren Geschwindigkeit sich zudem mit jedem Breitengrad ständig verändert. 197. Manche Leute behaupten, dass es keine Motive für eine Täuschung dieser Größenordnung gäbe und eine flache Erde oder eine Erdkugel keinen Unterschied mache. Durch die Entfernung der Erde als bewegungslose Mitte des Universums haben uns diese Freimaurer physisch und metaphysisch von einem Ort der höchsten Wichtigkeit zu einem der vollkommen wertlosen und Gleichgültigkeit degradiert. Wenn die Erde der Mittelpunkt des Universums ist, dann sind die Vorstellungen von Gott, Schöpfung und einem Sinn des menschlichen Daseins strahlend. Aber wenn die Erde nur einer von Milliarden von Planeten ist, sich um Milliarden von Sternen in Milliarden von Galaxien dreht, dann werden die Vorstellungen von Gott, Schöpfung und einem besonderen Sinn der Erde und des menschlichen Daseins höchst unglaubwürdig. Durch die heimliche Indoktrination zu ihrer wissenschaftlichen, materialistischen Sonnenanbetung verlieren wir nicht nur den Glauben an etwas jenseits des Materiellen, wir gewinnen uneingeschränkten Glauben an Materialismus, Oberflächlichkeit, Status, Egoismus, Genusssucht und Konsumverhalten. Wenn es keinen Gott gibt und jeder nur ein Unfall ist, dann ist alles, was wirklich zählt, nur ich, ich, ich. Sie haben die Mutter Gottes, Madonna, zu einer materiellen Frau gemacht, Leben in einer materiellen Welt. Der Popstar Madonna in ihrem Lied Material Girl. Ihre reichen, mächtigen Konzerne mit ihren raffinierten Sonnenkult-Logos verkaufen uns Götzen zum Anbeten. Geduldig die Welt übernehmend, während wir stillschweigend an ihre Wissenschaft glauben, ihre Politiker wählen, ihre Erzeugnisse kaufen, ihre Musik hören und ihre Filme schauen, unsere Seelen auf dem Altar des Materialismus opfernd. Maurice Klein zitierend, die heliozentrische Theorie lässt, indem sie die Sonne in die Mitte des Universums stellt, den Menschen bloß als einen von einem Heer von am Kalten dahintreibenden Umherschweifern erscheinen. So scheint es weniger wahrscheinlich, dass er geboren wurde, um herrlich zu leben und nach seinem Tod ins Paradies zu gelangen. Weniger wahrscheinlich ist auch, dass er sich an Gottes Fürsorge erfreuen kann. 198. Manche sagen, die Vorstellung einer mehreren Generationen übergreifenden weltweiten Verschwörung klingt unglaubwürdig und unrealistisch, aber diese Leute sollten sich nur mit den Werken und Schriften der Freimaurer selbst beschäftigen. Zum Beispiel hat dies Joe Robison in seinem Buch von 1798 Beweise einer Verschwörung gegen alle Religionen und Regierungen Europas, durchgeführt von den geheimen Treffen der Freimaurer-Eliminaten und Lesegesellschaften, enthüllt. Der Supreme Commander des 33. Grades, Albert Pike, war in mehreren Briefen bezüglich des endgültigen Ziels der Weltherrschaft ziemlich mitteilsam und in den zionistischen Protokollen der Weisen von Zion ist der genaue Plan, wie dies durchzuführen ist und durchgeführt wurde, vollkommen offen gelegt. 199 von E. Eskini, Fundamente von vielen Generationen. Die eine Sache, die das Märchen der drehenden Erde vollbracht hat, ist, dass sie die furchtbare Macht der Lüge demonstriert hat. Die Lüge hat die Macht, einen Menschen zu einem geistigen Sklaven zu machen, sodass er es nicht wagt, seinen eigenen Sinnen zu trauen. Die deutlich und offensichtliche Bewegung der Sonne, die er vor sich sieht, zu bestreiten, wenn er sich zwar selbst auf einer Erde bar jeder Bewegung fühlt, aber gleichzeitig bei der Einflüsterung von jemand anderen bereit ist, einzuwilligen, dass er sich wild herumwirbelt. Wenn er einen Vogel fliegen und oberhalb des Bodens schweifen sieht, ist er bereit zu glauben, dass er in Wirklichkeit sehr viel schneller ist als der Vogel und letztlich, um die Vorstellung eines Irren aufrechtzuerhalten, ist er bereit, seinen Schöpfer zu beschuldigen, ihn in die Irre geführt zu haben. 200 und als letztes von Dr. Samuel Robotham Daher stellen wir fest, dass die newtonsche Philosophie bar jeder Folgerichtigkeit ist. Ihre Angaben sind das Ergebnis eines gänzlichen Verstoßes gegen die Gesetze der gerechtfertigten Schlussfolgerung und all ihre Voraussetzungen sind vermutet. Sie ist tatsächlich nicht mehr als Vermutung über Vermutung und die von ihr abgeleiteten Schlüsse sind absichtlich als bewiesen betrachtet und werden als Wahrheit angenommen, um die ersten und grundsätzlichen Vermutung zu erklären. Solch ein wie in der theoretischen Astronomie ausgeweitetet und zugespitztes Jonglieren von Chaos und Fantasien und Fehlern lässt den unvoreingenommenen Forscher mit Abscheu vor dem furchtbaren Zauber, der auf ihn angewendet wurde, zurückweichen, um ernsthaft zu beschließen, seiner weiteren Entwicklung zu widerstehen, das ganze Lügengebäude umzukippen und in seinen Ruinen die falschen Lorbeeren, mit denen ihre Erfinder bedacht wurden und mit denen ihre Verehrer sie noch immer bedenken, zu begraben. Für das Studium die Geduld des Durchhaltevermögen und die Hingabe braucht das Beispiel, die Achtung und der Applaus für sie nicht zurückgehalten zu werden, aber ihre falschen Begründungen, die Vorteile, welche sie aus der allgemeinen Unwissenheit der Menschheit hinsichtlich astronomischer Themen gezogen haben und die begründeten Theorien, welche sie vorgebracht und verteidigt haben, können nicht anders als bedauert werden und sollten mit allen möglichen Mitteln Einhalt geboten werden. Für weitere Informationen über die flache Erde lies bitte die flache Erde Verschwörung von Eric Dubai und besuche www.